Ich habe ein bisschen Heimweh heute. Heimweh? Wir haben ja einen waschechten Hamburger zu Gast bei uns in unserer Division Preview heute. Aber ein Hamburger, der Werder Bremen-Fan ist. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ja gut, sagen wir so, ihr sitzt ja beide im leidenden Boot gerade, oder? Vor allem sitzen wir wahrscheinlich nächste Saison im gleichen Boot. Im gleichen Liga-Boot, ja. Das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Es kann nicht mehr sein, dass beide Erste Liga spielen. Können nur maximal Relegationen. Best Case ist wirklich, Werder Bremen holt sich wie durch ein Wunder noch den Relegationsplatz. Und der HSV hofft auf einen Patzer von Heidenheim und schafft es auch noch in die Relegation. Und dann spielen sie gegeneinander. Und das halte ich glaube ich nicht aus. Das machst du dann als Livestream auf YouTube. Alter, ich bin wirklich kein Die-Hard-HSV-Fan. Ich bin seit Kind auf HSV-Sympathisant, bin da irgendwie so reingewachsen. Aber nicht so die Raute im Herzen, wie man so schön sagt. Und das überhaupt nicht. Aber es gibt so Dinge, es gibt so Rivalitäten. Da bin ich dann wirklich schon sehr leidenschaftlich mit dabei. Und das ist eigentlich nur Werder Bremen. Also nach dem, was da vor ein paar Jahren passiert ist im UEFA Cup und die Papierkugel, die Legendaire und so. Selbstverständlich. Werder Bremen, HSV in der Relegation. Ich weiß nicht, ob ich das packe. Ich glaube, das geht aber tatsächlich vielen Fans so in der Richtung. Also ich kenne auch einige, zumindest einige Werder-Fans kenne ich. Das ist, ja. Aber wenn du willst, machen wir Betreutes schauen. Und dann hol ich dich da immer wieder so ein bisschen, beruhig dich und, ne? Ne, ich hab jetzt schon die letzten Male ... Das ist jetzt schon Magenschmerzen. Ja, jetzt schon Magenschmerzen. Und vor allem auch zum Beispiel das letzte Spiel vom HSV in Gesellschaft geguckt. Und dann, wenn in der 95. Wenn du dann wieder das entscheidende Gegentor kassierst ... Ja, da kannst du auch nicht mehr ... Und alle sind hämisch und alle sind gehässig und alle freuen sich und alle haben Schadenfreude. Und man selber ist einfach nur so, was zur Hölle? Ja, aber Lirum Larum, Werder Bremen. Wird schon tief gehen. Ja, und nicht deswegen ist er bei uns heute zu Gast, weil ... Boah, das hat sich auch nicht die besten Teams aktuell rausgesucht, ne? Giants und Werder Bremen. Hm. Ja, Giants wahrscheinlich dann noch eher die optimistische Karte. Wahrscheinlich, ja. Und das will was heißen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Heute natürlich am Donnerstag, den 25. Juni 2020. Folge 123. Der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Was ist der Plan heute? Wir sprechen über die NFC East. Über die Giants, die Redskins, die Eagles und die Cowboys. Und wir haben ihn jetzt schon mehrfach irgendwie angeteast, aber noch nicht den Namen genannt. Ich glaub, wir können's machen. Wir freuen uns sehr, dass Nico Backspin heute zu Gast ist. Den kennen viele wahrscheinlich, die sich mit Hip-Hop beschäftigen. Die kennen ihn auf jeden Fall. Viele kennen ihn aus der Bundesliga, also eher aus dem Fußballbereich. Aber der Typ ist auch großer, großer NFL-Fan, ist Giants-Fan. Und er wird später mit am Start sein, wenn wir über die Giants sprechen. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich hab heute, muss ich zu meiner Schande gestehen, keine neuen Patreon-Supporter rausgesucht. Ich werde das nächste Woche nachholen, versprochen. Ihr werdet noch hier erwähnt. Aber es sind auf jeden Fall wieder welche mit dazugekommen. Schon mal vielen Dank für alle, die es interessiert. www.downsettalk.de slash support News aus der NFL Ja, wir sprechen heute viel über die New York Giants. Aber jetzt sprechen wir über die New York Jets. Ein noch Jets-Spieler. Jamal Adams. Der will nämlich weg, nachdem es letztes Jahr schon häufig Trade-Gerüchte gab. Die werden jetzt aber irgendwie immer konkreter, oder? Ja, wirkt so, als würde er jetzt wirklich ernst machen. Also ist auf keinen Fall das erste Mal, dass wir in der Richtung was hören. Jetzt hatten kurz vor dem Wochenende, hatten mehrere Jets-Berichterstatter, mehrere Jets-Insider vermeldet, dass er intern auch um eine Trade-Freigabe gebeten hat. Er hat selbst auf Instagram sich in der Richtung auch geäußert und geschrieben, es wäre Zeit zu gehen und so weiter. Dann ist jetzt vor ein paar Tagen ein Video aufgetaucht auf Twitter, wo er aus seinem Auto heraus irgendwie zu einem Fan sagt, er versucht zu den Cowboys zu kommen und solche Geschichten. Also von seiner Seite aus scheint es jetzt wirklich alles klar auf Konfrontationskurs. Ich will weg zu gehen. Von den Jets haben wir ja bisher eigentlich immer nur durchweg gehört, dass sie ihn langfristig binden wollen, dass sie ihn um ihn herum aufbauen wollen. Aber es klingt ja eben, zumindest wenn wir jetzt mal nur die Perspektive erstmal anschauen, es klingt ja eben so, als würde es Adams eben nicht nur ums Geld jetzt gehen, sondern so die Berichte, die legen eben nahe, dass er ja für bestimmte Teams, die auch alle Titelanwärter sind oder zumindest mal deutlich besser aufgestellt für die kurzfristige Zukunft als jetzt die Jets, dass er zu denen auch gehen würde ohne einen neuen Vertrag und dann eben gegebenenfalls erst nach der Saison zu verlängern. Und bei den Jets eben sieht er offensichtlich nicht die Möglichkeit in absehbarer Zeit da, sportlich gesehen, dass die Jets eine größere Rolle spielen. Und das scheint ja jetzt wirklich auch der Kern dieser ganzen Sache zu sein. Also klar, er will auch bezahlt werden, das steht völlig außer Frage, aber das klingt schon so, als würde er auch einfach zu dem Team wollen, wo er eine bessere Chance hat zu gewinnen. Genau, da sind ja auch schon ein paar durchgesickert, alles irgendwie Teams, die auf kurz oder lang eine größere Chance höchstwahrscheinlich auf den Superbowl haben als die Jets. Ja, ich meine, was man natürlich sagen muss, die Jets haben ihn noch unter Vertrag für zwei Jahre mit der Option noch auf den Franchise Tag. Also das finanziell und vertraglich gedacht, hat Jamal Adams da keine großen Argumente in den Gesprächen. Deswegen denke ich, wird es auch mehr so in diese Richtung jetzt gehen hier. Ich mache so lange irgendwie Stimmung, bis irgendwann dann die Trade-Freigabe kommt. Letztlich haben wir ja genau dieses Spiel auch mit Stephon Dix gesehen in Minnesota, wo das auch immer wieder kam, immer wieder kam. Irgendwann haben sie ihn dann halt gehen lassen. Also ich befürchte so ein bisschen, dass das auch der Pfad sein wird, den wir da jetzt sehen. Und dann wird es halt spannend sein zu sehen, was für eine Kompensation da so kommt. Also ich denke, ein Erstrunden-Pick ist Pflicht. Ich glaube, das ist so die Ausgangsbasis. Und dann halt die Frage, was noch mit dazu kommt. Ich könnte mir vorstellen, sowas wie irgendwie Erst- und dann so ein Midround-Pick oder irgendwie Erstrunden-Pick, ein Spieler- und ein Late-Round-Pick oder sowas in der Richtung. Ich glaube nicht, dass es so ein Monster-Preis wird wie für einen Khalil Mack oder sowas. Obwohl man ja argumentieren kann, dass Jamal Adams der wertvollere Spieler ist in seiner Rolle und in dem, was er kann. Also das sollte man ja nicht dann vergessen bei aller Kritik jetzt vielleicht, wie er sich im Moment da präsentiert. Aber das ist ja ein unfassbar guter Spieler und ein unfassbar flexibler Spieler auf einer Position, auch die jetzt nicht die wertvollste in der Defense ist, aber die, wenn richtig eingesetzt, unheimlich wertvoll sein kann. Ja, ich glaube auch nicht, dass es so ein Riesenpaket geben wird. Und er mag ja vielleicht aus unserer analytischen Sicht der wertvollere Spieler sein im Vergleich zu einem Khalil Mack. Trotzdem spielt er auf einer Position, die jetzt in letzter Zeit nicht gerade von den NFL-GMs mit sehr viel Ruhm beschenkt wurde. Sagen wir mal so, also es gibt auch sehr, sehr viele Safeties, die sehr oder auffallend günstige Verträge bekommen haben. Es gibt viele, die sehr spät oder gar keinen bekommen haben. Also ja, er ist natürlich auf seiner Position einer der absolut besten. Und man kann ja auch dafür argumentieren, dass er der beste Passrusher bei den Jets war. Absolut. Letztes Jahr war er das, ja. Und dementsprechend bringt er ja auch dahingehend ganz schön viel Value mit. Ich glaube trotzdem, dass zum Beispiel, wenn du jetzt Khalil Mack nimmst, dass die Position der Edge-Rusher, der dominante Edge-Rusher, deutlich höher gewichtet wird von den NFL-Teams als ein flexibel. Gerade diese Flexibilität ist ja etwas, was wir sehr hoch schätzen, aber viele GMs und viele Coaches ja fast ein bisschen damit überfordert sind. Ja, du musst halt das richtige Team finden. Sire Simmons ist ja auch ein paar Plätze weitergefallen, als wir gedacht hätten. Du musst halt das richtige Team finden. Ich meine, eines der Teams, das er ja da wohl genannt hat, waren ja halt die Ravens zum Beispiel. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die jetzt Earl Thomas noch haben und Chuck Clark gerade verlängert haben. Also rein aus finanzieller Sicht. Aber da würde es passen, ja. Genau. Das wäre halt so ein Team, wo er immensen Value hätte. Wo ich auch sagen würde, spezifisch in dieser Ravens-Defense wäre, glaube ich, jetzt im Vakuum betrachtet ein Jamal Adams wertvoller als ein Khalil Mack für diese Ravens-Defense. Ähm, aber du hast natürlich recht, in den meisten Teams, in den meisten Defenses wäre das zumindest mal sehr, sehr streitbar. Und du müsstest, äh, du müsstest das sehr, das sehr passende Team irgendwo finden. Ich meine, die Cowboys liegen halt irgendwie dahingehend auf der Hand, dass die auf Safety nicht viel haben. Ähm, sich aber ja an sich in einem so einem, ja, also eigentlich sich in einem Titelfenster sehen. Und ich glaube auch nicht ganz zu Unrecht da sehen, dass sie diesen Schritt machen können. Aber natürlich muss man da auch sagen, ähm, die müssen halt erst mal der Prescott bezahlen. Naja, das und, äh, da gibt's in der Defense vielleicht auch noch eine andere Position, wo es deutlich mehr Sinn macht, sich zu verstärken, wenn möglich. Ja. Kommen wir später drauf. Wo wir letzte Woche drauf gekommen sind, ist, dass Debo Samuel für die 49ers eine unglaublich wichtige Rolle nächstes Jahr spielen wird. Weil er jetzt die klare Nummer eins unter den Receivern sein muss, nach dem Abgang von Emmanuel Sanders. Und direkt danach, einen Tag später, gab's die Hiobsbotschaft in Sachen Debo Samuel und vor den Niners. Genau, hat sich den Fuß gebrochen im Training. Tatsächlich auch schon am Dienstag. Das kam dann halt erst am, äh, am Donnerstag war's dann, glaub ich, raus. Äh, es ist diese Jones-Fraktur. Das sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil so, also von der Prognose her, sagen wir's mal so rum, in der Prognose wäre's der beste Fall, dass er irgendwie die ersten ein, zwei Saisonspiele verpasst und dann wieder spielen kann. Aber wir haben's eben gerade bei diesem Bruch und gerade bei, bei Wide Receivern, bei Tiedans, die eben ja auch viel Belastung auf den Fuß ausüben mit eben Cuts, mit, mit, mit Stop and Start und so weiter. Ähm, haben wir's immer wieder gesehen, dass da die Gefahr von einem Rückschlag echt nicht klein ist. Ich mein, die Niners selbst hatten's ja gerade erst letztes Jahr mit, mit Trent Taylor, der auch eine Jones-Fraktur im, äh, im Trainingcamp erlitten hatte. Der hat dann eine zweite Operation gebraucht, dann hat das, da gab's nochmal eine Infektion. Und statt irgendwie zwei Monate Zwangspause, was es ursprünglich hieß, waren's dann bei ihm letztlich die komplette Saison, die es ihn letztes Jahr gekostet hat. Das hoffen wir natürlich nicht, ganz klar. Ähm, Divo Semmel hat sich ja auch dann auf, auf, auf Social Media gleich, ähm, geäußert, war sehr, sehr optimistisch und so weiter. Ja, aber man sollte auf jeden Fall, um da in dem Fall eine realistische Planung zu betreiben, sollte man so ein bisschen Puffer mit einplanen. Das heißt, ich würde jetzt mal so kalkulieren, dass er grob die ersten zwei bis vier Saisonspiele verpasst für die Niners, was halt dann schon echt eine Herausforderung wird. Weil, äh, also wenn man's, wenn man's positiv formuliert, wir können dann jetzt mal sehen, ob dieser Hype um Jalen Hurd letztes Jahr und der Hype um Dante Pettis irgendwie so die letzten zwei Jahre immer wieder mal, ob das eben gerechtfertigt war. Ähm, ich geh davon aus, dass Brandon Ayuk starten wird, aber du brauchst halt auch dann noch Receiver, die eben auch Outside gewinnen können. Und da hat Semmel ja ganz klar, ähm, ganz klar primär gespielt. Klar, ist immer wieder auch in den Slot gegangen, aber hat primär Outside gespielt und da fehlt ihr jetzt in Emmanuel Sanders. Das heißt, vermutlich ist Dante Pettis die Antwort, wenn sie nicht noch einen holen. Ähm, aber in jedem Fall ist es ein klares Downgrade, was die Offense auch irgendwo limitieren wird, weil dann eben auch noch mehr, ähm, in der Mitte des Feldes stattfinden muss, als ja sowieso schon bei den Niners. Das ist ja eh schon der, der Kern der Offense. Und plötzlich ist mein Kendrick Bourne, äh, Geheim-Breakout-Tipp deutlich wahrscheinlicher geworden, beziehungsweise einer von denen muss halt jetzt liefern, ne? Genau, irgendwer muss. Also ich bin gespannt, wie sie es dann auch, äh, wie sie es auch schematisch machen. Wie gesagt, ich rechne eher am ehesten mit, ähm, mit Dante Pettis als Outside-Receiver. Kann natürlich auch sein, dass sie mehr auf Speed dann noch gehen wollen und, äh, dann so die Räume schaffen. Aber das ist auf jeden Fall jetzt eine Herausforderung und von den Teams, wo wir jetzt sagen, das sind so die Top 5, Top 7 Titelkandidaten, ähm, ist das natürlich schon jetzt erst mal ohne Samuel für den Moment, ist das natürlich schon echt dünn im Wide-Receiver-Core. Titelkandidaten sind die Rams und die Chargers nicht unbedingt für die kommende Saison, aber die werden beide dokumentiert. Und zwar in der beliebten und bekannten Reihe Hard Knocks. Mhm, ähm, erstmals sind es zwei Teams, die das als Co-Gastgeber dann sozusagen hosten, soll am 11. August losgehen mit der ersten Folge. Also ehrlicherweise sind es jetzt nicht die beiden Teams, die ich am spannendsten finde. Gerade die Rams haben wir ja irgendwie oft auch jetzt gesehen in den letzten Jahren mit Hard Knocks, mit All or Nothing. Ähm, und dann, wenn man halt noch bedenkt, dass die Steelers ja von den Kriterien her zur Auswahl standen. Und, äh, das ist ja so eine Franchise, wo man jetzt nicht so häufig die Möglichkeit hat, da wirklich ranzukommen. Und von den Storylines eben mit Big Ben, mit der Defense, so mit Juju, auch so ein Charakter. Ähm, ich glaub, das wär für den neutralen Zuschauer wär das deutlich interessanter gewesen. Aber, klar, wird natürlich auch spannend sein zu sehen, wie sie das mit den zwei Teams managen, mit den zwei LA-Teams. Du hast das neue Stadion. Und so oder so, egal welches Teams dann letztlich geworden ist oder geworden wäre oder hätte werden können, glaub ein Trainingcamp, wie das dann während Corona abläuft und wie die Teams damit umgehen. Und wie sehr das vielleicht sich unterscheidet von einem regulären Trainingcamp. Ich glaub, das, äh, allein deswegen wird man's wahrscheinlich sich schon anschauen. Ja, ich weiß ja nicht, ich bin ja gar kein riesengroßer Fan von diesen, von diesen Dokus. Ich guck die zwar mal ein paar Folgen ganz gerne, ähm, so auch um Eindrücke zu bekommen, um die Spieler besser kennenzulernen. Dafür ist es cool. Aber es ist mir dann doch auch häufig zu weich gewaschen. Also, zu glatt. Ist es auch viel, klar. Ist es auch viel. Ich find auch grade All or Nothing hat da in der Richtung abgebaut im Vergleich zu den zu früheren Folgen. Ähm, aber letztlich halt immer noch natürlich sind's so ein paar zumindest coole Blinker, Blicke hinter die Kulissen, die man sonst nicht unbedingt kriegen würde. Und es ist halt logischerweise von NFL Films halt einfach auch gut gemacht dann meistens. Also, aus Produktionssicht wirklich, wirklich grandios gemacht, gar keine Frage. Aber gerade aus sportlicher Sicht ist es dann ganz oft so, da hörst du immer die gleichen Motivationsansprachen, nur von unterschiedlichen Coaches und die gleichen Mantras. Weil so richtig, so richtig, richtig sportlich kriegst du natürlich nichts mit, was da in den, in den Räumen hinter verschlossenen Türen passiert. Ähm, kommen wir zu Deck Prescott. Jetzt schon, auch werden wir später noch zu ihm kommen, in aller Ausführlichkeit. Aber der hat jetzt den Franchise-Tag unterschrieben. Und das ist eine Meldung wert, weil das haben noch nicht viele, die ihren Franchise-Tag bekommen haben. Und es ist, ja, auch vom Timing her irgendwie echt überraschend. Also, ich hab's jetzt nicht erwartet in dem Moment, als es dann, es gab ja so einen Tag davor raus, am Sonntag kam's ja so ein bisschen raus, hier wird wahrscheinlich am Montag unterschreiben. Und das hat er dann auch gemacht. Ähm, Deck nimmt natürlich erst mal die große Schärfe für den Moment raus, weil die Cowboys jetzt nicht, nicht mehr befürchten müssen, dass er zum Trainingcamp vielleicht dann nicht kommt, dass er vielleicht sogar den Saisonstart aussitzt ohne neuen Vertrag und so weiter. Also, so diese ganz große, akute Schärfe ist so ein bisschen rausgenommen. Ähm, es passt natürlich auch irgendwo zu dem, was er selbst ja immer wieder auch gesagt hat, dass er auch nicht weg will. Er hat ja auch nie irgendwie jetzt einen Holdout angedeutet oder sowas in der Richtung. Ähm, ich hab mich dann gefragt, was so aus der Business-Perspektive dahinter stecken könnte. Ähm, vielleicht auch bei Prescott einfach der Wunsch, diese sind ja über 31 Millionen Dollar, die jetzt auch zu sichern, unabhängig davon, was vielleicht mit der Saison passiert. Mit, wissen wir ja alle letztlich nicht so wirklich, was mit Corona, was für eine Saison wir sehen werden und so weiter. Und, äh, wie sich das auf den Salary-Cap auswirkt und all diese Sachen. Das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Darf man ja auch nicht vergessen, Prescott war nur ein Viertrunden-Pick. Ähm, der hatte jetzt bis zu diesem Franchise-Tag, hatte er finanziell nicht ausgesorgt. Gerade wenn wir es mit den Top-5-Picks vergleichen, die dann, ähm, ja schon doch wirklich auch Millionenverträge mit ihrem Rookie-Vertrag bekommen. Oder vielleicht hatte er auch sowieso irgendwie immer vor, diesen Tag zu unterschreiben und will jetzt so wieder den Ball in die Cowboys-Richtung schieben. Weil der Druck ist ja auf jeden Fall immer noch da für Dallas Clyde. Jetzt diese erste Schärfe, wie gesagt, die ist raus. Ähm, aber wenn die bis zur Deadline am 15. Juli, wenn sie bis dahin keinen langfristigen Vertrag zustande bekommen, dann würde er logischerweise nach der Saison wieder Free Agent werden. Und ein zweiter Franchise-Tag, der würde dann irgendwie so um die 37 Millionen Dollar kosten in der Saison, in der der Salary-Cap vielleicht stagniert, vielleicht sogar runtergeht. Also, ähm, das können sie sich dann im Zweifelsfall nicht leisten, die Cowboys. Und deswegen kann Prescott eigentlich relativ entspannt jetzt sagen, ich hab diese 31 Millionen garantiert. Mit einer guten Saison steigt der Marktwert, falls ich unter dem Tag spiele. Und die Cowboys sind viel eher zum Handeln gezwungen. Also irgendwie, ich kam dann letztlich, am Anfang war ich echt so ein bisschen überrascht vom Timing auch her. Und dann kam ich so ein bisschen raus mit ihm, okay, er hat ihnen jetzt so einen kleinen Knochen hingeworfen, wenn man so will, indem er den Tag unterschrieben hat. Aber letztlich ist der Druck halt echt immer noch bei den Cowboys da. Ja, ist immer so schön, über was für Summen wir da diskutieren bei solchen Vertragsverlängerungen. Und dann wird noch mal um ein paar Millionen gefeilscht. Und ich denk mir so, du, also, ansonsten nehm ich sie. Gar kein Problem. Aber wir sprechen gleich noch mal genauer über die Cowboys und dann natürlich auch über Deck Prescott, wenn wir jetzt zur NFC East kommen. Ihr kennt das, ihr wisst, was passiert. Wir sprechen über eine Division in aller Ausführlichkeit, über alle vier Teams in umgekehrter Reihenfolge. Wir fangen mit dem schlechtesten Team an, sprechen über die Offense, über die Defense, über vergangene Saison, über die Zukunft, über das, was passieren könnte. Und wir fangen natürlich mit den Washington Redskins an, weil die hatten eine richtig gebrauchte Saison. Drei und 13 waren sie am Ende. Dann gab es jetzt den Regimewechsel. Ron Rivera, neuer Headcoach. Scott Turner, OC, Jack Dario, Defensive Coordinator. Also irgendwie auch eine spannende Zusammenstellung, wo man, glaube ich, auch nicht so 100 Prozent weiß, was man bekommt an der einen oder anderen Ecke. Und du hast es ja mal gesagt, die Redskins sind so ein bisschen in der Offseason zu meinem Team geworden. Was, glaube ich, einfach daran lag, dass ich so ein paar Entwicklungen positiver sehe als andere. Was ich jetzt in der Vorbereitung gemerkt habe, wahrscheinlich bin ich noch etwas früh mit meiner Euphorie. Also vielleicht können wir in der nächsten Offseason darüber sprechen, dass die Redskins wirklich das Potenzial haben, auch irgendwo in Richtung Playoffs anzugreifen. Vielleicht ist das jetzt erst mal ein Überganges Jahr. Trotzdem, ich bleibe dabei, ich mag ein paar Entwicklungen und ich mag eigentlich so die Grundstützen, die sie sich jetzt so nach und nach aufbauen. Und jetzt auch mit dem Regimewechsel, mit Ron Rivera zum Beispiel, bin ich ganz positiv, was die Zukunft angeht. Aber wir wollen jetzt vor allem über die nahe Zukunft sprechen, über die kommende Saison. Das wird ein wichtiges Jahr für Dwayne Haskins. Sein zweites, sein erstes als Starter. Die Spiele, die er 2019 gemacht hat, die waren nicht berauschend. Sie waren aber auch alles andere als schlecht durchgehend. Ein bisschen Inkonstanz war auch mit dabei. Und, was wir auch noch mal unterstreichen müssen, wir haben es ja angekündigt eigentlich. Also wir haben gesagt, der ist relativ roh. Der wird ein bisschen brauchen. Dann haben wir auch zu Beginn der Saison beziehungsweise auch noch während der Training Camps in der Pre-Season gehört, dass er mit der Sprache, der Offense-Probleme haben soll. Dass das alles ein bisschen länger dauert, dass er da noch nicht so sicher ist. Und ich finde, dafür sah es dann am Ende gar nicht so verkehrt aus. Was natürlich jetzt blöd ist für seine Entwicklung, er wird wieder ein neues Scheme lernen müssen, eine neue Sprache. Er hatte damit Probleme. Vielleicht hat er jetzt auch wieder damit Probleme. Vielleicht ist sie aber auch einfacher. Aber ich glaube, die, die er letztes Jahr lernen musste, gilt als relativ kompliziert. Mit diesen ganzen West-Coast-Terms und so weiter. Kannte er vorher nicht. Aber trotzdem, neuer Offensive-Koordinator in der zweiten Saison, nachdem du erst mal lange gebraucht hast, um mit dem Ersten klarzukommen, das hilft natürlich nicht so einem jungen Quarterback. Klar, das ist immer der, wenn wir von der Quarterback-Entwicklung, und das ist ja ein Grund, warum ich bei Washington eher auf der pessimistischen Seite bin. Ich glaube, die Defense wird ganz gut sein, aber ich sehe halt bei der Offense das ist echt viele mögliche Stolpersteine. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, wie sieht so eine ideale Entwicklung, Teamentwicklung, Teambuilding um den jungen Quarterback herum aus, dann würde ich halt sagen, Kontinuität im Trainerstab, Kontinuität in der Offense und in dem, was er lernt halt auch, dass man auf Sachen aufbauen kann und es nicht eben im zweiten Jahr mehr oder weniger neu lernen muss. Und dann halt um diesen jungen Quarterback herum, klar Offensive-Line, aber halt auch ein Waffenarsenal aufbauen. Und ich finde eben bei Washington, wir kommen jetzt gleich im Detail noch dazu, ich finde eben, man hat fast nichts davon gemacht. Also ich finde, die Offensive-Line ist nicht besser geworden. Ich finde, das Waffenarsenal ist schlechter geworden im Vergleich. Und du hast eben nicht diese Kontinuität. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Terminologie ihm ein bisschen leichter fällt. Also nur, um es mal so ganz grob zu umreißen, die West Coast-Terminologie ist eben sehr, sehr ausladend, mit sehr langen Formulierungen, sehr, sehr detailliert. Der Quarterback sagt wirklich exakt jedem mehr oder weniger halt eben in dem jeweiligen Playcall, was er zu tun hat. Und jetzt kommt ja eben die, mit Scott Turner kommt ja eher so dieser Erkoiel-Einschlag. Und das ist halt ein Zahlensystem. Das heißt, deutlich kürzere Playcalls und wesentlich eher, wie soll man sagen, also es ist für den Quarterback, glaube ich, wesentlich leichter einmal zu verinnerlichen. Und vor allem ist es auch leichter, damit zu spielen, also flexibel zu sein, an der Line-of-Scrimmage was anzupassen, weil du halt auch mal nur irgendwie ein, zwei Ziffern ändern musst. Und dann hast du ein ganz anderes Konzept. Und das ist halt in der West Coast Offense sehr anders. Das ist auch eine der Sachen, die ich an der West Coast Offense nicht mag. Bei der Erkoiel hast du deutlich mehr Flexibilität. Aber natürlich muss er erst mal wieder was Neues lernen im Vergleich zu dem, was er letztes Jahr gelernt hat. Du hast jetzt das Waffenarsenal angesprochen. Du meinst, es ist schlechter als im vergangenen Jahr? Ich würde sagen, es ist unterm Strich nicht besser geworden. Sagen wir es mal so. Ja, nicht besser würde ich wahrscheinlich sogar mitgehen. Ich glaube, es hat aber auf jeden Fall das Potenzial, deutlich besser zu werden als das letztes Jahr. Also, das Receiving Call ist jung. Terry McLaurin hat eine Wahnsinns-Rookie-Saison gespielt, kommt jetzt in sein zweites Jahr. Also, ich gehe jetzt nicht zwingend davon aus, dass der noch mal einen Schritt macht, aber das kann natürlich passieren. Klar, hinter ihm viele Fragezeichen. Aber viele junge Fragezeichen mit Potenzial. Also, ein Calvin Harmon, da musst du selber zugeben, dass da Potenzial vorhanden ist. Er hat ja eine unbefriedigende erste Saison gespielt. Er hält jetzt viel Lob in der Off-Season, soweit ich das überblicken konnte. Steven Sims ist irgendwie ein spannender Kandidat, weil den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Auch nicht vergangene Saison. Aber wenn man sich noch mal anguckt, wie der immer mehr eingebunden wurde gegen Ende der vergangenen Saison, ich glaube, dass der eine nicht ganz unerhebliche Rolle spielen wird. Weil gerade als Heskins gespielt hat, hatte er, also die vier letzten Spiele, 35 Targets, vier Touchdowns. Und der kommt jetzt auch in sein zweites Jahr. Ich glaube, das ist ein schöner Kandidat für so ein, ja, so ein schöner Überraschungskandidat. Und vor allem für Fantasy-Football, ein kleiner Sleeper, so für die etwas Größeren liegen. Antonio Gandy-Golden, auch noch ein spannender Receiver, Rookie, Viertrunden-Pick. Hat auch schöne Sachen im College gezeigt. Auch hier ist Potenzial. Gut, Trey Quinn, Cody Latimer. Ja, das ist eine Absicherung. Klar, da fehlt jetzt erst mal eine Nummer zwei. Aber es gibt den einen oder anderen Spieler, der sich in eine Nummer zwei entwickeln kann. Das heißt jetzt nicht, das ist das, was ich eingangs meinte mit, ich glaube, ich bin etwas zu früh euphorisch. Das ist mir auch schon bei anderen Teams passiert. Es ist halt sehr aufs Potenzial eben alles ausgerichtet. Und ja, gerade Calvin Harmon, den mochte ich sehr vorm Draft letztes Jahr, war jetzt irgendwo okay mit Luft nach oben als Rookie, kein kompletter Reinfall. Gandy-Golden, finde ich, vierte Runde ist eigentlich okay von der Range her. Das heißt aber eben auch, wie viel kannst du da wirklich in der Rookie-Saison erwarten? Da muss man dann ja auch irgendwie die Erwartung so ein bisschen zügeln, auch wenn natürlich auch hier Potenzial da ist. Dann fällt dir mit Paul Richardson, den sie ja entlassen haben, jetzt auch nicht der Superstar-Receiver, klar. Aber so eine Veteran-Option für so einen Nummer zwei Spot, der ist jetzt auch nicht mehr da. Und dann, finde ich, muss man das halt auf die Titans auch ausdehnen. Und da ist halt einfach nichts. Klar, Jordan Reed war jetzt letztes Jahr, hat letztes Jahr, glaube ich, gar nicht gespielt. War auf jeden Fall, war ja dann ganz, ganz lange mit den Gehirnerschütterungen auch raus. Aber der ist weg, Vernon Davis ist weg. Deine Starting Titans, oder dein Nummer eins Titan ist wahrscheinlich irgendwie Richard Rogers oder Jeremy Sprinkle, einer von denen. also da ist halt irgendwie auch quasi nichts. Deswegen für mich halt echt so ein Team, wo ich sage, ja, Potenzial, da gehe ich mit im Wide Receiver-Core. Aber von dem, was ich jetzt für die kommende Saison erwarte, wo ja dann man irgendwie auch hofft, dass Haskins eben diese Entwicklung, diese positive Entwicklung irgendwie dann sich so fortsetzt und dann nach und nach der nächste Schritt kommt, da bin ich halt echt skeptisch. Und da sehe ich halt, abgesehen von Terry McLaurin, echt nicht viel. Wobei man auch sagen muss, ja, Paul Richardson war jetzt auch nicht die dominanteste Nummer zwei. Klar, absolut, ja. Hat nur zehn Spiele gemacht, aber jetzt auch nicht. Also ein Calvin Harman hat unterm Strich mehr Targets bekommen als ein Paul Richardson. Aber zu den Waffen gehören natürlich auch die Running Backs. Und das Backfield, ich glaube, das gehört zum Top-Viertel der Liga. Könnte ich mir sogar vorstellen. Also, das hängt natürlich sehr davon ab, ob Darius Geis endlich mal eine komplette Saison, oder zumindest ansatzweise, ich würde schon ansatzweise nehmen, wenn er mal einen Großteil einer Saison fit bleiben würde. Weil wenn er fit ist, haben wir gesehen, was für ein guter Runner vor allem er ist. Er hat dann auch tatsächlich in seinen paar Einsätzen letztes Jahr aus ein paar Catches noch einiges gemacht, weil er einfach ein sehr physischer Typ ist. Da ist definitiv der erste Kontakt nicht gleichbedeutend mit hier ist das Play vorbei, sondern das geht meistens noch ein paar Jahre zweiter. Und zusammen mit Adrian Peterson, der, ja, also ich meine, für sein Alter echt noch ganz gut aussah letztes Jahr. Und wenn Geis fit ist, ist Adrian Peterson natürlich fast ein Edel-Backup, zumindest am Boden. Was natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen problematisch werden könnte, ist, dass man Chris Thompson nicht mehr hat. Der war oft verletzt, aber wenn er gespielt hat, war er einer der besseren Receiving-Backs der Liga. Ich finde aber, da hat man mit Antonio Gibson zumindest jemanden geholt, der das Potenzial, wir reden sehr oft heute bei den Redskins über Potenzial, glaube ich, ich glaube, das Wort fällt noch häufiger. Aber Antonio Gibson hat das Potenzial, ein noch besser Receiving-Back als Chris Thompson zu werden, unterm Strich. Potenzial, ja. Man muss halt immer gucken, was kann man diese Match-Ups auch kreieren. Und mit Chris Thompson hattest du halt ja einen echten, in Anführungszeichen, einen echten Running-Back, der eben auch ein super Receiver in dieser Running-Back-Rolle war. Bei Antonio Gibson wissen wir noch nicht, ob der ein NFL-Running-Back ist oder nicht. Also das ist ja noch bei ihm halt echt so ein bisschen das Thema. Vielleicht wird der ja auch eine Nummer drei in Sachen wie das Team. Vielleicht wird der irgendwie im Slot dann spielen am Ende der Saison. Genau, also das kann natürlich sein, dass du da auch, finde ich, auch noch mal für den Moment halt eher ein Downgrade hast. Und dann ist halt die Gefahr generell, egal wer dann letztlich der Starting-Running-Back ist, dass die Offensive Line, genau, einmal die Offensive Line jetzt nicht schlecht ist, auf keinen Fall, aber halt auch nicht, eben jetzt auch nicht besser geworden ist. Und du halt die Situation hast, dass Teams gegen Washington die Box zustellen können, weil du musst dich halt auf Terry McLaurin konzentrieren. Aber ansonsten, wer macht dir da Angst vor den Receiving-Waffen? Also selbst einer soliden, geschweige denn besseren NFL-Secondary macht ja außer Terry McLaurin, muss die da keinen irgendwie doppeln oder besondere Aufmerksamkeit geben. Jetzt in der Theorie, kann natürlich dann sein, dass am Ende der Saison reden wir von Antonio Gandy-Golden als irgendwie Superstar. Aber erst mal in der Theorie ist das ja einfach nicht gegeben. Und dann wirst du halt viele acht, neun Mann Boxes haben, gegen die die dann laufen müssen. Ja, absolut. Also Offensive Line hast du angesprochen, Trent Williams ist jetzt endgültig weg. Gut, macht jetzt im Vergleich zum letzten Jahr keinen großen Unterschied. Aber ist natürlich wirklich ein Spieler, der dir fehlen wird und den du nicht so leicht ersetzt. Immerhin hat man Brunton Scherf gehalten, den Guard, einer der Besten der Liga. Getaggt hat man ihn zumindest. Ja, der Rest, hast du schon gesagt, eher Mittelmaß, ne? Ja, du hast halt Donald Penn letztes Jahr ja auf Left Tackle gehabt, der so, ja, Mittelmaß, glaube ich, ist eigentlich genau die richtige Beschreibung für den zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere. Der ist jetzt weg. Sie haben Cornelius Lucas geholt, der bei den Bears dann auf der rechten Seite übernommen hat, letztes Jahr, im letzten Saisondrittel. Da auch so ein bisschen positiv überrascht hat, aber eigentlich halt seit fünf, sechs Jahren so ein Swing Tackle war nie mehr. Und der ist jetzt eigentlich dein klarer Starter auf Left Tackle. Das wäre zumindest jetzt meine Vermutung. Sprich, auch in dem Fall erst mal Fragezeichen. Auch da kann man wieder mit Potenzial argumentieren, aber ist jetzt auch kein Rookie- oder Second-Year-Spieler mehr. Sie haben ein paar gute Säulen mit Center, mit Center, mit Right Guard, mit Right Tackle. Das ist so die Baseline sozusagen in dieser Offensive Line. Dann auf Left Guard Wes Schweitzer, der Eric Flowers ersetzt. Flowers hatte ja wirklich eine ganz gute Saison dann letztes Jahr, als er dann auf Guard spielen durfte. Das heißt, auch hier die Gefahr, dass es eher so ein kleines Downgrade sein könnte. Also, ich finde schon fast, wenn ich mir das so anschaue, dass der realistische Best Case ist, dass die Line ungefähr auf der Stelle tritt und ähnliches Niveau hat wie letztes Jahr. Was, wie gesagt, okay ist. Liga-Durchschnitt so ungefähr. Aber halt auch nicht mehr. In der Defense gibt es auch ein paar Fragezeichen. Aber diese D-Line wird, glaube ich, unangenehm für Gegner. Also, wenn die nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Chase Young, klar. Da hofft man natürlich auf einen Impact, wie Nick Bosa ihn letztes Jahr bei den 49ers hatte. Zurecht, muss man dazu sagen. Absolut zurecht, klar. Und die Voraussetzungen sind ja auch ganz ähnlich. Nick Bosa war auch so das I-Tüpfelchen auf eine schon ganz gute Line, der denen so ein bisschen das letzte Quäntchen Qualität gefehlt hat. Also, wenn wir da auf einen Ryan Kerrigan gucken, der beileibe kein schlechter ist, Daron Payne, Montez Sweat, haben wir schon mal ausführlich drüber gesprochen. Der war jetzt in seiner Rookie-Saison gar nicht so schlecht. Matt Ioannidis, Jonathan Allen und dann eben plus Chase Young. Da sind ganz viele, die sind solide. Und jetzt bekommen sie eben einen potenziellen Elite-Spieler mit Chase Young dazu. Und vor allem kann man da auch fleißig durchrotieren. Da sind ja ein paar mehr jetzt auf der Liste, die wirklich was mitbringen, die du gar nicht alle gleichzeitig spielen lassen kannst. Du hast im Prinzip eine Dreier-Rotation in der Mitte, würde ich sagen, mit Allen, Payne und Ioannidis. Und dann hast du eine Dreier-Rotation auf Edge. Genau, mit Young, Kerrigan und Montez Sweat. Und das ist ja, da sind wir dann wieder bei neuen Headcoaches. Und das ist ja ganz Ron Rivera-typisch auch, dass die Defense über die Front aufgebaut wird. Ich hab mich das dann auch gefragt, jetzt als ich Washington hier vorbereitet hab, das müsste eigentlich eine der drei, vier besten Front-Fives der Liga sein. Je nachdem, wer dann letztlich spielt und so. Aber auch eben mit dieser Tiefe, dass du im Prinzip immer einen rotieren kannst und verlierst nicht viel Qualität. Oder hast zumindest immer noch eine sehr hohe Qualität. Also das ist von der Idee her das Herz der Defense und genau so, glaube ich, will es ein Ron Rivera auch haben. Linebacker war letztes Jahr ein Problem, gerade in Coverage. Also wenn man diesen Frontbogen dann so ein bisschen schlägt, da haben sie jetzt einen Thomas Davis geholt, den Rivera klar aus Carolina kennt. Der ist 37. Genau, aber der ist halt auch echt nicht mehr der Jüngste. Trotzdem wäre meine Vermutung, dass das dein Starting-Middle-Linebacker ist. Und vielleicht dann so ein bisschen die Hoffnung in Washington, dass ein Ruben Foster noch mal zu alter Form zurückkommt. Der hat ja die letzte Saison dann mit dem Kreuzbandriss verpasst. Aber so Best-Case-Szenario ist, glaube ich, Chase Young spielt eine Nick Bosa-ähnliche Rookie-Saison und Ruben Foster kommt noch mal in alter Form zurück. Und dann hast du eine der stärksten Front-Sevens in der NFL. Da führt eigentlich kaum ein Weg dran vorbei, wenn die alle ihr Potenzial abrufen. Und das macht natürlich die Arbeit für die Secondary leichter. Und das muss sie auch. Cornerback ist keine safe Nummer. Trotzdem glaube ich, dass diese Kendall-Fuller-Rückhol-Aktion am Ende eine gute war für die Redskins. Und für diese Position mit den Chief Super Bowl Champion geworden. Sagen, ja, man hat Kunden Dunbar verscherbelt. Und dann sind da halt noch einige Kandidaten, ja, die sind eher, würde man sagen, unberauschend. Und letztendlich wissen wir nicht, wer da dann die Nummer zwei, Nummer drei Rolle übernehmen wird, glaube ich. Und kleiner Funfact, letztes Jahr haben zwölf verschiedene Spieler auf Cornerback bei den Redskins Snaps gesehen im Laufe der Saison. Zwölf verschiedene. Ich kann mir vorstellen, das wären ein paar weniger dieses Jahr. Aber trotzdem, Fabian Moreau, Ronald Darby, der ist von den Eagles gekommen. Da habe ich ihn immer kritisiert. Aber wenn er bei den Redskins so eine Nummer drei ist, bei den Eagles muss der ja teilweise Nummer eins sein, Jimmy Morland ist noch da. Das haut einen alles nicht um. Und dann, wenn man auch noch auf die Receiver in dieser Division guckt, da kommen wir ja noch zu, kann das schon unangenehm werden. Also die Front muss liefern. Ja, und die Frage ist ja dann wirklich auch, wie die Zusammensetzung wirklich funktioniert in dieser Secondary. Weil ich, also ich bin mir, ich weiß nicht, wie sie Kendall Fuller einplanen. Aber eigentlich ist es halt primär ein Slot-Corner. Also klar, der kann auch mal Outside spielen. Das hat er auch in Kansas City immer wieder mal gemacht. Aber primär war der immer im Slot. Die Chiefs haben ihn dann letztes Jahr auch auf Safety ein bisschen geschoben. Deswegen weiß ich, also kann natürlich sein, dass sie ihn auch als Outside-Corner einplanen. Da ist dann halt die Frage, ob er auch wirklich so gut spielt. Also ob er auch wirklich auf dem Level spielt, was du dir von ihm behauptst. Wie sie das zusammensetzen. Weil wenn sie den in den Slot ziehen, ich könnte mir, also es könnte gut sein, dass du recht hast. Und sie dann eher einen Aaron Colvin oder einen Jimmy Morland im Slot starten lassen. Wenn sie ihn Outside spielen lassen, mit ihm als Nummer 1 und dann Moreau oder Darby als Nummer 2, halte ich das immer noch für brutal anfällig, muss ich wirklich sagen. Und wenn Fuller im Slot spielt, dann ist es eh nochmal, dann ist es nochmal deutlich anfälliger. Also klar, du hast eine Defense, die primär über die Front funktioniert und wo die Secondary nicht so die zentrale, tragende Rolle hat. Aber da sehe ich schon massives Potenzial, dass es nicht ideal läuft. Also du musst schon dann wirklich, du musst schon einmal Glück haben ein bisschen auch und dann musst du wirklich genau die richtigen Rollen finden. Und vielleicht ist Fuller dann Outside, kann der da in diese Rolle wachsen. Aber wie gesagt, ist halt ein primärer Slot-Corner gewesen. Auch die letzten Jahre eigentlich fast ausschließlich im Slot gespielt. Wenn er nicht Safety gespielt hat. Deswegen, wenn sie das planen, wäre ich da dann auch schon skeptisch, dass der als Nummer 1-Corner, und das wäre ja dann, wenn er Outside spielen würde, dass der da bestehen kann. Und Fabian Moreau war letztes Jahr auch brutal anfällig, hat eine enorm hohe Reception-Quote in seine Richtung zugelassen. Also da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial, was da schiefgehen könnte. Ja, deswegen, also wenn die Front nicht richtig, richtig stark ist, wird das wahrscheinlich ganz, ganz kompliziert werden. Safety noch der Vollständigkeit halber. Landon Collins, ja, aber sonst ein Sean Davis auf Free Safety wahrscheinlich. Das ist jetzt auch nicht das absolute Top-Niveau. Nee, kann man nicht sagen. Den haben sie ja aus Pittsburgh geholt, meine ich. Ja. Genau, also, ja, okay, mehr nicht. Aber wie gesagt, das ist auch nicht der Ron Rivera-Ansatz, viel in die Secondary zu investieren. Und das ist ja, das haben sie ja letztlich ... Also gut, sie haben Kendall Fuller natürlich, das war dann doch ein Investment, das sollte man schon sagen. Aber im Prinzip ist die spannendste Frage, wie gut sie es schaffen, ihre Secondary zu verstecken. Das ist, denke ich, der Ansatz für die Redskins-Defense. Ja, letztendlich, also, ich bin positiv irgendwie bei den Redskins, aber halt nur in manchen Positionsgruppen. Das sind so einzelne oder einzelne Spiele, einzelne Positionsgruppen, wo ich wirklich positiv bin, auch schon für diese Saison. Aber das Problem ist, dann gibt's halt mindestens genauso viele Positionsgruppen. Ja. Wo ich halt große Zweifel habe. Ich finde, es gibt, wie gesagt, Bereiche, wo man richtig stark aufgestellt ist. Die D-Line allen voran, das Backfield. Und ja, bei Receivern, ich halte wirklich extrem viel von Terry McLaurin, aber es muss halt jemanden geben, der in diese Nummer-2-Rolle wächst, der in die Nummer-3-Rolle wächst. Da kommen wir wieder zum Potenzial. Das ist da, aber das muss dann halt sich auch entwickeln. Das muss abgerufen werden. Ich bin irgendwo positiv, vor allem, was die längere Zukunft angeht, was den Weitblick angeht. Und dann hängt natürlich auch viel von Dwayne Haskins Entwicklung ab. Also, da wissen wir auch noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Es kann natürlich sein, dass sie überraschen. Ich finde schon, weil sie haben individuell ein paar Überraschungskandidaten im Team. Es kann auch sein, dass das alles unter Ron Rivera gut funktioniert, dass diese Defense mit dieser Front halt zu einer richtig starken Defense wird mit Jack Del Rio. Da gibt es, glaube ich, auch Argumente für, ja, mit etwas Glück wird man vielleicht nicht Letzter in der Division, aber viel mehr, glaube ich, kann man nicht erwarten von den Redskins. Ja, also, ich sehe es ja so ein bisschen so, und ich mochte ja Haskins vor seinem Draft eigentlich ganz gerne, und ich fand auch, dass er wirklich eine gute Entwicklung als Rookie hatte im Laufe der Saison. Also, insofern, da kann man sicher auch noch ein bisschen was Positives erwarten. Aber für mich wäre es halt schon, wenn die Offense Liga-Durchschnitt wäre am Ende des Jahres, dann wäre das für mich schon eine positive Überraschung. Genau, und das war ja in unserer Überraschungsfolge. Hatte ich da nicht die Redskins Offense? Ich glaube schon, oder? Dass ich gesagt habe, sie werden überraschen oder sie könnten überraschen. Genau. Und damit meine ich halt nicht, dass sie halt irgendwie eine Top ... Top-5 Offense sind, ja, klar. Nein, auf gar keinen Fall. Aber selbst wenn die Durchschnitt werden, wird es die meisten überraschen. Dich ja auch. Und ich glaube, mit all diesen Spielern, die Potenzial haben, eine Überraschung, ich sag mal Liga-Durchschnitt, ist durchaus möglich. Unwahrscheinlich, aber möglich. Genau, nee, und das Ding ist ja aber, wenn wir sagen, Liga-Durchschnitt wäre vielleicht so der Best Case, der realistische Best Case für Washington, für die Offense, dann, finde ich, ist das halt schon auch ein klares Ceiling für das Team insgesamt. Und dann kann man sagen, okay, die Defense sollte eigentlich gut sein, zumindest mal in der Front. Und dann, wenn sie so wie Rivera das halt auch organisiert, wenn die die Secondary dann dadurch auch maßgeblich entlasten können, dann sollte das eine ganz gute Defense sein. Aber eine ganz gute Defense und eine durchschnittliche Offense bringt dich jetzt halt auch nicht zu mehr als fünf, sechs Siegen in der NFL. Das ist ja dann letztlich auch so das Thema. Genau, und in dem Bereich sehe ich sie auch. Und in dem Bereich sehe ich tatsächlich dann auch das nächste Team. Kommen wir zu den New York Giants. Und für die Giants haben wir einen ganz besonderen Gast mit dabei. Er kommt eigentlich gar nicht aus dem Football-Bereich. Ihr kennt ihn eher oder vor allem als Kopf hinter dem Hip-Hop-Magazin slash Imperium-Backspin. Ich kenne ihn vor allem aus der Bundesliga von den Rocket Beans. Ich bin großer Bundesliga-Fan, schalte da regelmäßig ein. Und da sieht man ihn und hört man ihn regelmäßig. Und wir haben ihn letztes Jahr auf einem DAZN-NFL-Event getroffen. Und da haben wir uns gedacht, Moment, wenn der auf so einem NFL-Event ist, dann muss der sich auch für diesen Sport interessieren. Und das tut er auch. Nico Backspin ist da. Hallo. Moin, freut mich, hier zu sein. Es ist eine Ehre, muss ich sagen, hier dabei zu sein. Weil hier ist geballte Fachkompetenz. Da freue ich mich, mitreden zu dürfen. Ja, wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast. Du hast ja meistens einen sehr vollen Terminplan, wenn man so deine Insta-Stories und so weiter anguckt. Oh ja, Corona sorgt dafür, dass es gerade ein bisschen weniger ist. Aber es freut mich zu hören. Und das ist auch ehrlich gesagt für mich immer ein netter Punkt, was du gerade am Anfang gesagt hast, wo die Leute mich wahrnehmen und wie sie das machen. Es freut mich immer zu hören. Hip-Hop ist zwar die Basis, da kommt alles her. Aber ich habe auch immer ganz oft erzählt, dass ich eigentlich mehr Ahnung von Fußball habe als von Hip-Hop. Im Football ist es noch nicht ganz so. Aber diese Liebe dazu, die ist halt auch schon ... Also ich habe Familie drüben. Und seitdem ich ein kleines Kind bin, gucke ich Football. Und irgendwie bin ich dem immer verbunden geblieben. Und deswegen ist es umso schöner, wenn man auch mal drüber reden kann. Ja, sehr gerne sogar, weil du bist Giants-Fan. Aber bevor wir über Football sprechen, müssen wir tatsächlich noch mal das Fußballthema anreißen. Es tut mir leid, Adrian. Ich meine, hier sitzen zwei Hamburger und sprechen miteinander. Der eine ist gar nicht mehr ... Ich kriege richtig Heimatgefühle, immer wenn ich deine Storys sehe. Und ich habe mir heute auch noch ein schönes Video mit Falk Schacht zusammen angeguckt, wie ihr durch Hamburg gefahren seid. Oh, da weint das Herz. Aber was mich wundert, du bist Hamburger und Werder Bremen-Fan. Und ja gut, ich als HSV-Sympathisant, nenne ich es jetzt mal, bin Kummer gewohnt. Aber ich meine, bei Werder Bremen läuft es gerade auch nicht so berauschend. Gerade das kommende Wochenende ist sehr entscheidend, was die Zukunft angeht. Wie geht es dir gerade so als Bremen-Fan? Glaubst du an ein Wunder an der Weser? Darf man hier fluchen? Nee, klar. Weil beschissen ist noch geprahlt im Moment. Weil, also, man muss sich vor Augen führen, nach 40 Jahren steht der Abstieg bevor. Und ich kann es immer noch nicht so glauben, alle meine Freunde, Bekannte, ständig alle möglichen Leute schreiben mir, sagen, wir verstehen das nicht. Werder Bremen gehört nicht in die zweite Liga. Und es ist so krass kurz davor. Das tut auch richtig weh. Das muss ich ja, weil du es angedeutet hast, die Liebe zum Verein. Ich bin Hamburger und ich bin auch durch und durch Hamburger. Ich erkläre es immer ein bisschen so, dass St. Pauli ist meine Stadt und Werder ist mein Verein. Und dann gibt es halt auch einen gemeinsamen Nenner, auf den man sich einigen kann, der auf der anderen Seite steht. Das war schon immer der HSV. Und so ist die Konstellation bei mir aufgebaut. Und ich bin aber als kleiner Junge irgendwann, glaube ich, von diesem noch aus der Bayern gegen Werder Zeit, David gegen Goliath Zeit, so ein Fan und dann auch wirklich verfallen dem Verein. So irgendwann, ich bin ein alter Mann, der sieht den grauen Bart irgendwann in den 80er Jahren. Und das ist immer da geblieben. Und jetzt so zu sehen, dass es wirklich tatsächlich diese Saison so gegen die Wand gefahren wird, das tut richtig weh zu sehen. Ja, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo der HSV gegen Bremen im UEFA Cup-Halbfinale gespielt hat. Und ein paar Jahre davor noch Champions League. So, aber kommen wir jetzt zu unserem Kernthema, Football. Du bist gleichzeitig auch Giants-Fan. Und wir wollen ja von unseren Gästen gerne auch immer mal diese Fan-Perspektive hören und sehen und mitbekommen. Die letzte Giants-Saison war nicht so doll. 4 und 12, mit welchem Gefühl bist du jetzt mal so gesamtheitlich betrachtet aus dieser Saison gegangen? Was hast du empfunden? Was hast du gedacht? Also ich bin, guck mal, das liegt vielleicht auch daran, also da findest du dann irgendwie so Parallelen zu allen anderen Fan-Daseins, die ich habe. Ich bin immer ein Freund von Kontinuität und davon, wenn man Leuten auch Raum gibt, sich zu entfalten. Und deswegen war ich auch die ganze Zeit immer ein großer Freund da, dass man mit Eli Manning jemanden hat, der halt schon zweimal zum Superbowl geführt hat und auch damit etwas ausstrahlt, dass man dem Raum gibt, dass er sich auch wieder erholen kann. Und dass er, wenn er mal ein bisschen ein schlechtes Spiel gibt, ach, gib ihm noch ein paar Spiele und dann funktioniert es. Du hast aber auch in den letzten Jahren gemerkt, dass das halt irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Und deswegen war ich am Anfang der Saison hoch erfreut, als sie Daniel Jones, ich glaube siebter Pick war das, in der ersten Runde geholt haben. Das heißt, es hat mir so, mit meinem Wissen, das ich über College habe, das Gefühl gegeben, okay, er scheint ein ganz guter zu sein. Das heißt, mit dem müsste man was anfangen können und hat dann die Hoffnung, dass dann auch schnell was passiert. Hat ja, glaube ich, sechs, sieben Wochen gedauert, bis er dann spielen durfte. Bin dann aber höchst erfreut darüber gewesen, dass sie ihn haben machen lassen. Und dann war das Ergebnis der Saison, das war eigentlich, ehrlicherweise, ich weiß, das ist im Football ja immer eine andere Sache, aber gefühlt war es nach fünf Wochen eh schon durch. Insofern ging es nur noch darum, okay, jetzt bereiten wir uns auf die nächste Saison vor. Und es war dann krass zu sehen, wie seine Schwankungen zwischen überragenden Spielen und echt unterdurchschnittlichen Spielen gewesen sind. Ich habe lustigerweise, das ist ein Fakt, den ich eigentlich nachher bringen wollte, aber den habe ich mir gleich mitgebracht. Fantasy League. Habe ich letzte Saison zwei Awards gewonnen. Habe ich vorhin noch mal nachgeguckt, weil ich mit Daniel Jones den Spieler mit den meisten Punkten auf der Bank gelassen habe. Zu Recht, zu Recht, ja. Ja, irgendwie, ja. Aber kennt ihr das? Also ich weiß nicht, wie ihr Fantasy, aber bei mir ist es dann auch irgendwann so, wenn ich weiß, okay, das ist ein Giant-Spieler. Scheiße, ich hole mir den einfach, weil es mir wichtiger ist, dass es ein Giant-Spieler ist. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, ihn spielen zu lassen. Und so habe ich dann mit ihm immer Punkte verschenkt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, macht es halt irgendwie, und das ist, glaube ich, auch das Schöne für mich an Football, zu sehen, wie man in der Mannschaft so eine Aufbauzeit gibt. Und das ist so New York ja, also ich liebe auch die New York Knicks im Basketball, ist ja da, wird ja seit 20 Jahren jedes Jahr verhunzt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie bei den Giants, denen jetzt ein bisschen Raum und Zeit geben, sich mal aufzubauen. Und so hat sich die Saison auch angefühlt. Das ist ein gutes Stichwort. Also wenn wir mal bei Daniel Jones bleiben, wir sind ja hier beide im Podcast relativ kritisch immer gewesen. Auch, also wir fanden beide den Pick deutlich zu hoch, anhand dessen, was wir da im College gesehen haben. Dann die letzte Saison, ja, auch da waren wir kritisch. Er hat gute Ansätze gezeigt, du hast es gesagt. Also es gab die richtig guten Spiele, aber dann ist er teilweise auch sehr sorglos mit dem Ball umgegangen, sehr viele riskante Würfe, unglaublich viele Fumbles. Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Adrian, deine Einschätzung mal so, wo siehst du Daniel Jones Stand jetzt und was erwartest du dir von ihm in der kommenden Saison? Ja, ich sehe ihn besser, als ich ihn vor einem Jahr gesehen habe. Ich glaube, so ehrlich muss man schon sein. Ich meine, ich hatte ihn als, ich glaube, Viertrunden, ich glaube, eine Viertrunden-Grade hat er bei mir gehabt vor dem Draft. Das heißt, logischerweise, für mich war er ein Top-Ten-Pick, hatte ich niemals erwartet. Klar, die Gerüchte gingen dann so langsam hoch, dass die Giants den sehr mögen, aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich so hoch geht. Besser, als ich gedacht hatte, wirklich, hat er insgesamt gespielt. Ich finde es bei Daniel Jones sehr bemerkenswert, dass man eigentlich ganz klar sagen kann, wo seine Probleme liegen und sich das halt auch wirklich vom College zu einem gewissen Grad in die NFL übertragen hat. Es hat sich nur nicht so extrem übertragen, wie ich es vielleicht, oder wie ich es antizipiert hatte, wie ich es vorher gedacht hatte. Er hat einen krassen Drop-Off, wenn er über den ersten Read gehen muss. Das war so eins seiner zentralen Probleme, dass er wirklich an diesem ersten Read klebt, dann entweder mit den Augen gar nicht weggeht oder halt ewig wartet. Das hat auch dann zu vielen Sacks gefühlt, auch zu vielen von diesen Fumbles, die dann ja echt auch ein Thema waren. Oder er feuert den Ball halt direkt auch zum ersten Read, egal, ob er offen war oder nicht. Da kamen viele dieser Turnover-Probleme her. Geht zu spät dann mit den Augen weg von seinem ersten Read. Das war so wirklich ein großes Thema. Man sieht es auch ganz klar, wenn man in die Zahlen schaut, so diese One-Step, schnell, Ball ist schnell raus. Da war er wirklich einer der effizienteren Passer der Liga. Aber sobald es halt darüber hinaus ging, Drei-Step, Fünf-Step-Drop-Backs, ein bisschen den Ball dann auch länger halten muss, was dann ja auch damit einhergeht, dass man mehr lesen muss als bei einem One-Step und Ball raus, da war er dann wiederum einer der schlechtesten Passer der Liga. Und es kamen ja schon, du hast es schon gesagt, viele Turnover. Da waren ja noch viele Dropped-Interceptions mit dabei. Also der hätte noch deutlich mehr haben können. Das ist alles aber logischerweise kein finales Urteil. Also es kann natürlich sein, dass dann das Spiel für ihn im zweiten Jahr langsamer wird. Das sehen wir oft bei Quarterbacks, dass er dann sich auch besser zurechtfindet, vielleicht auch schnell durch seine Reads gehen kann. Aber genauso muss man natürlich irgendwo auch darauf hinweisen, dass er unter Pat Schirmer eben auch wirklich viele Plays hatte, wo er irgendwie nur einen Teil des Feldes lesen musste, eine Seite des Feldes lesen musste, solche Sachen. Also es kann auch gut sein, dass von ihm dann letztlich auch mehr gefordert wird in der kommenden Saison. Insofern für mich echt noch viel offen, wo das dahin geht. Er hat natürlich Potenzial gerade im vertikalen Passspiel gezeigt, mit seiner Athletik gezeigt und mit seiner, ich sag jetzt mal, mit seiner Mood als Passer auch gezeigt, eben auch in enge Fenster zu gehen. Na, du hast Pat Schirmer angesprochen. Der ist ja nun mal nicht mehr da. Jetzt gibt's einen neuen Coaching-Staff, First-Time-Head-Coach, Joe Judge. Ein komplett unbeschriebenes Blatt. Vorher war er Special-Team-Coach bei den Patriots. Plus Jason Garrett. Dagegen so ein richtiger Coaching-Veteran eigentlich. Lange Zeit bei den Cowboys ein Grund für uns gewesen, zu verzweifeln, ist jetzt Offensive-Koordinator bei den Giants. Also, ich finde, da sind sehr, sehr viele Wildcards. Wir haben, glaube ich, auch schon mal über Joe Judge gesprochen, dass wir nicht wirklich erwarten können oder wissen, was wir erwarten können. Nico, was hast du von Joe Judge irgendwie mitbekommen? Gibt's irgendwas? Also, wie gesagt, für uns schon ein unbeschriebenes Blatt. Wir wissen nicht, was wir bekommen. Aber hast du irgendeine Tendenz? Nee. Aber guck mal, von meinem Standpunkt denke ich mir da so ein paar Dinge zusammen. Und das Erste ist, was dann ja auch hier geschrieben wurde, wenn du irgendwie im Coach-Staff von den Patriots warst, dann wirst du, das heißt nicht automatisch, dass du jetzt überragend auf der Head-Coach-Position bist. Da gibt's ja auch, glaube ich, positive-negative Beispiele in der Geschichte. Aber, und es gibt eine einzige Sache, die ich mir versuche, positiv einzureden. Du weißt, wie man Spiele gewinnt. Und wenn du es nicht selber gemacht hast, dann hast du zumindest zugeguckt, wie der Coach mit dem Quarterback das zusammen gewonnen hat. Und das ist so die kleine Essenz, die ich mir so sage, die vielleicht helfen kann. Warum er genommen wurde, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht sagen. Weil so unbeschriebenes Blatt, wie er ist, da kommt wieder der Punkt, ey, das sind immer noch die New York Giants, eine der teuersten Franchise. Und die machen so Sachen. Dieses Jahr ja auch der erste Pick, der für viele Diskussionen gesorgt hat. Dass du gesagt hast, der ist sogar für dich ein Viertrunden-Pick gewesen. Das ist für mich noch krasser, wenn man dann sieht, dass er so ein paar Spiele gemacht hat, die gut waren. Und alles, was du negativ beschreibst, finde ich, also klingt für mich so ein bisschen aus Fernsicht, ja, okay, aber das ist vollkommen okay, dass er die Fehler macht. Wir wissen, wir wissen, dass er keine 16 gewinnt. Es ist echt scheißegal, wie viel er gewinnt. Hauptsache, er macht erst mal die ersten Sachen richtig. Und wenn er dann in der nächsten Saison halt einfach mehr Luft holt, das ist wie auf dem Fußballplatz auch. Einmal auf den Ball treten, einmal ein bisschen gucken. Und dafür brauchst du ja Leute, die dir die Zeit geben. Und ich habe das Gefühl, die kennt ihr alle besser als ich. Aber was ich so lese und mitkriege, habe ich das Gefühl, dass die Giants viel, viel mehr daran gearbeitet haben, als jetzt irgendwie wieder eine glänzende Franchise mit Superstars zu bauen. Und ich glaube, dann ist so ein Trainer, der genauso wenig fancy ist, wahrscheinlich die richtige Wahl. Das ist dann wie der, wie der, wie der, keine Ahnung, er ist ja von irgendwo aus irgendeiner zweiten Reihe geholt, wo man nur Experten wissen, was er kann. Genau. Adrian, dein Stichwort, was kann er denn? Bei Judge ist halt das spannend, also der Name ist natürlich, der war für alle überraschend, dass der ein Headcoach wirklich geworden ist. Das war, in dem Moment hat das, also ich wusste von niemandem, der damit irgendwie gerechnet hatte. Es ist total geil, wenn ich kurz reingehe, du sagst, niemand wusste, dass Daniel Jones ein Top-Ten-Pick ist, keiner wusste Joe Judge. Wir sind ja noch nicht bei, bei dem diesesjährigen Erstrunden-Pick, dem Andrew Thomas. Also, entschuldige mich, wenn ich da reingehe, aber ich finde das total geil, weil es jedes Mal irgendwie so, für Experten wie euch wirkt, wie, was zur Hölle machen die da? Ja, schon so ein bisschen. Also, bei Judge ist eben das, dass er halt so ein unbeschriebenes Blatt irgendwo ist. Was ich bei ihm eben spannend finde, mit dieser Patriots-Connection, also, wir hatten ja eben oft Leute, die aus New England kamen, die dann anderswo gescheitert sind, die aber eben, ähm, wirklich sich so hochgearbeitet haben, waren dann irgendwie der, der, der bekannte Offensive-Koordinator oder der bekannte Defensive-Koordinator, wo du halt gesagt hast, das ist so der, das zweite Coaching-Gesicht in der Franchise, ähm, hinter Belichick. Und das war ja bei ihm nun mal nicht so, aber er ist halt dieser spannende Kandidat, der eben so ein bisschen von Belichick ja wohl auch so rangezogen wurde. Also, der, der in allen Positionsgruppen mal gearbeitet hat, der auch wirklich auch dann mit Special-Teams, also eben auch Offense- und Defense-Spiele hatte, aber auch beide Seiten des Balls mal, ähm, gearbeitet hat und so, er so ein klein wenig hinter den Kulissen rangeführt wurde, ähm, auf eine Art und Weise, die, glaube ich, Belichick sehr, sehr bevorzugt eben, dieses wirklich auch nicht nur sich auf eine Seite zu fokussieren des Balls, sondern alles so ein bisschen zu machen, das macht ihn halt interessant, aber, also, was er halt spielen wird und, äh, wo wir jetzt bei anderen Coaches, bei anderen neuen Headcoaches sagen können, okay, das wird ungefähr in diese Richtung gehen, das ist da halt völlig offen und gerade eben, weil du jetzt den Offensive-Koordinator angesprochen hast mit Jason Garrett, da gehen wir ja dann halt schon davon aus, dass es Jason Garretts Offense sein wird und, und Joe Judd eher so diese, diese, ja, diese, diese Übersichtsperspektive sozusagen einnimmt und, ähm, sich vielleicht dann eher ein bisschen auf die Defense noch da, ähm, da seinen Stempel aufdrückt, aber Offense gehe ich zumindest davon aus, dass das auch die, die Offense dann von Jason Garrett sein wird. Und ist das gut? Also, ich meine, wir haben jetzt bei den Cowboys jahrelang gesehen, dass diese Offense dann mit Jason Garrett auch ein bisschen einfältig ist, ne? Also, da hat oft Sieg Elliott den Ball in sämtlichen Situationen in die Hand bekommen und sollte straight durch die Mitte laufen. Saquon Barkley, Rushing Leader 2020, oder was können wir erwarten? also, aber, aber das hat er ja auch in der letzten, also ich meine, abgesehen von der Verletzung, aber in den letzten zwei Jahren saß ich oft vor dem Fernsehen und hab gedacht, ey, warum gebt ihr nicht ihm den Ball? So, warum, warum versucht ihr auf, in meinen Augen solide, aber halt nicht überragende White Receiver zu passen, sondern gebt ihm doch einfach den Ball und lasst ihn laufen. Er hat's auch gezeigt, dass er's kann. Ja, da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, äh, bei Adrian eher weniger, der sagt, gib lieber den, gib lieber den, äh, den White Receiver in den Ball. Lass uns doch mal auf die, auf die Waffen gucken, also neben Saquon Barkley, ähm, gibt's ja ein paar interessante White Receiver, Golden Tate, sie hatten letztes Jahr ja viel Verletzungspech, auch Sterling Shepard, Darius Slayton, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, einen guten Eindruck gemacht hat. Die Offensive Line, Nico hat Andrew Thomas angesprochen, First-Round-Pick, wird diese Line jetzt definitiv nicht schlechter machen, ähm, war ja, glaube ich, auch sogar einer deiner, Lieblings-Offensive Lineman vom Draft, wenn ich mich ... Nummer zwei, Ohliner, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ja, also, ähm, das war ... Das ist ja wie ein Ritterschlag. Ja, du hast gesagt, der Pick war überraschend oder wurde viel diskutiert, ja, das stimmt, weil man bestimmt auch, ähm, ja, Spieler hätte nehmen können, die mehr fancy sind, so, aber dann nimmst du halt einen Offensive Tackle, aber ich meine, wir wissen, wie wertvoll so ein Offensive Tackle ein richtig guter sein kann und der kann natürlich diese ganze Offense verbessern, der kann das Leben Daniel Jones einfach machen und der kann natürlich auch an Jason Garrett irgendwo das Leben einfacher machen. Ey, wisst ihr, was ich, wisst ihr, wo ich mich noch genau erinnern kann? Ich hab die Draft nicht guckt nachts, da hab ich's mir aufgespart, ich wollte mir das morgens angucken, hab dann angefangen, NFL aufgemacht und wollte dann zumindest diese Highlights gucken und hab original, die haben halt eins, zwei, drei, fünf, hab ich dir so vorgestellt. Die haben halt einfach ... Weil es so unspektakulär war irgendwie. Ja, weil so, also, okay, Jungs, sag doch gleich, dass es der langweiligste Pick in den Top Ten war der Geschichte oder so. So, so musste ich erst ein bisschen suchen, bis ich wusste, wer und warum und Interview und sowas alles. Aber dass sie den geholt haben, ne, und da bin ich wieder an dem Punkt, ey, ich hab ein solch, da geht's mir zu sehr ins Detail, das wisst ihr besser als ich, welchen Einfluss das jetzt auf das Spiel haben kann. Aber mir sind von meinem Auge her zwei Sachen aufgefallen letztes Jahr, die schlecht waren. Das eine war, dass die, dass die Sternchen, also dass die Offensive Line, das zu wenig Zeit ihren Stars gegeben hat, um zu agieren. So, Jones zu wenig Zeit und Second World Barclay zu wenig Raum. Und hinten raus, dass die D-Line, in meinen Augen, das hat immer funktioniert, aber hier Secondary, also hinten, sobald die Dinger lang gepasst wurden, da haben sie immer Probleme gehabt. Und da haben sie, in meinen Augen, ziemlich viele Spiele verloren. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist doch der Coach und dieser First-Round-Pick genau die beiden Punkte, die darauf einzahlen sollen, um das zu verbessern. Oder? Was sagen die Experten? Ja, also O-Line war, glaube ich, schon so immer das Thema, wo man sagt, da wollen sie was machen. Also sie hatten ja Nate Soldier geholt mit diesem ultra teuren Vertrag, der natürlich jetzt dann doch als ziemlich deutlicher Flop dasteht, den werden sie auch entlassen nach der kommenden Saison, davon gehe ich mal fest aus. Sie haben ja sogar noch einen Tackle lang gedraftet, dieses Jahr in der dritten Runde. Also mit Matt Perth, vielleicht wird der dann so hinten raus aufgebaut, noch so als Alternative. Aber da wird es sicher auch nochmal eine Veränderung geben. Und dann haben sie ja die O-Line auch die letzten Jahre schon nach und nach eigentlich verbessert, mit Kevin Seidler, mit Will Hernandez, den sie in der zweiten Runde gedraftet haben. Also es war schon immer so ein Fokus und Dave Gettleman als GM kommt ja auch genau mit diesem Background. Also aus Carolina, O-Line, D-Line, das war immer so sein Ding da in den Trenches, Spielegewinn, war immer irgendwo seine Identität. Und ich finde jetzt, die Offensive Line bei den Giants letztes Jahr, sie war auf keinen Fall gut, weit davon entfernt sogar. Sie war halt so im unteren Mittelfeld irgendwo. Also es gab doch noch eine ganze Handvoll O-Lines, die noch schlechter waren. So kann man es, glaube ich, einigermaßen sagen. Sie haben, wie gesagt, für mich eins der besseren Guard-Duos in der NFL mit Hernandez und Seidler. Mike Rammers auf Right Tackle war jetzt so okay irgendwo im Durchschnitt. Da wird, denke ich, Andrew Thomas auch direkt ein Upgrade sein. Es wird dann die Frage sein, was verlangst du auch von deiner Offensive Line? Und so wie sie die Line jetzt aufgebaut haben mit den Spielern, die sie auch geholt haben, Hernandez allen voran und jetzt Andrew Thomas, gehe ich eben auch wirklich davon aus, dass die den Ball mit Power laufen wollen, dass das wirklich auch eine Line sein soll, die physisch dominiert, im Run-Game auch dominiert. Ich denke, das ist schon die Richtung, wo es hingeht. Und weil du, das passt dann auch wieder zu dem anderen Thema, was Christoph, was du gesagt hattest. Also Jason Garrett, klar, wir haben irgendwie so eine Idee, dass diese Offense eher, dass er eher auf der konservativen Seite ist, dass es eher so ums Run-Game aufgebaut wird in die Richtung. Aber ehrlicherweise, was der als Playcaller ist, das wissen wir ja gar nicht, weil der jetzt in Dallas seit Jahren kein Playcaller mehr war. Das war Bill Kellan, dann war das Scott Linehan und jetzt Kellen Moore letztes Jahr. Also Jason Garrett war ja gar nicht der Playcaller in Dallas. Das heißt, klar, wir haben so eine grobe Idee, aber so wirklich, was er jetzt in-game macht, wie sein Gameplan vielleicht sich auch in einem Spiel anpasst, worauf er den Fokus legt, das wissen wir gar nicht so genau. Also Run-Game, ja, ich denke aber auch, dass sie das dann zum Beispiel mit einem intensiven Roll-Out-Play-Action-Pass-Spiel kombinieren, was wiederum zu Daniel Jones auf jeden Fall gut passt, weil haben wir ja auch immer wieder gesagt, er ist mobil, du kannst ihn aus der Pocket rausrollen, du kannst ihn auch on the run werfen lassen. Und das wird auch, denke ich, ein Teil dieser Identität sein. Und die Offensive Line, die sie jetzt aufgebaut haben, wird jetzt immer noch nicht eine Top-5-Line sein, aber ich denke, es wird eine Line sein, die so Richtung Top-12 geht. Und damit kannst du natürlich auf jeden Fall arbeiten. Also da ist es dann eher wiederum an Daniel Jones, dass er den Ball schneller los wird, dass er schneller durch seine Reads geht, um die Line eben auch zu entlasten, weil oft sah die Line letztes Jahr auch schlechter aus, als sie eigentlich war, weil halt Jones eben, sehen wir oft bei Rookie-Quarterbacks, haben wir auch mit Kyler Murray ja gerade diskutiert, letzte Folge, weil Rookie-Quarterbacks den Ball halt einfach dann zu lange halten. Lass uns, weil Nico ja auch schon die Secondary angesprochen haben, gleich zur Defense kommen. Arjan, hast du noch irgendwas, was wir bei der Offense abhaken müssen? Vielleicht nochmal einen Blick auf die Wide Receiver. Ich meine, Tight End haben sie einen der dynamischsten in Evan Ingram, wenn fit. Und dieses wenn fit ist, ist ein gutes Stichwort eigentlich bei vielen da. Also, wenn die alle fit sind, gibt es, glaube ich, genug talentierte Leute da. Also, wir hatten ja im Vorfeld der letzten Saison eigentlich über das Thema Receiver-Gruppe auch gesprochen, dass sie halt viele Slot-Receiver-Kurzpass-Waffen im Prinzip haben, aber halt nicht diese Field-Stretcher, diese vertikalen Waffen. Da war Darius Layton natürlich eine mega Überraschung, muss man ganz klar sagen, als Fünftrunden-Pick, den hat man jetzt ja, also man wusste, dass er so ein Receiver-Typ ist, aber dass der so einen Impact haben würde, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Insofern auch wichtig für die Offense, weil ja eben Jones, das ist ja so das Ding mit ihm, er will den Ball ja auch tief werfen und das hat er ja auch teilweise ganz gut gemacht. Also, das willst du ja eigentlich eher noch stärken aus Teamsicht. Da hat sich ansonsten aber nicht viel geändert, außer dass sich jetzt Slayton halt etabliert hat. Sie haben ja jetzt nicht viel im Wide-Receiver-Kurz gemacht. Am ehesten der Name, den man da noch sagen kann, ist Corey Coleman. Den hatten sie ja letztes Jahr geholt, hat sich dann das Kreuzband gerissen, die Saison verpasst. Den haben sie jetzt nochmal für ein Jahr gehalten. Das wäre dann schon fast so deine Nummer zwei, was das vertikale Passspiel angeht. Also, klar, Shepard, Tate und auch Engram ist so dein Kurzpass Mitte des Feldes, Waffenarsenal. Aber wenn du halt wirklich vertikal gehen willst, dann hast du im Prinzip Slayton und dann für mich schon fast Corey Coleman und das, da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man auch sagt, wir holen noch irgendwie so einen potenziellen Impact-Receiver. Darf ich mal eine Frage aus Fansicht stellen, die ihr mir vielleicht nochmal beantworten könnt, weil ich noch nicht so wirklich eine Antwort drauf gefunden habe. Warum ist OBJ eigentlich damals gegangen? Weil, ich meine, Superstar in einer Superstar-Stadt und alle Leute erzählen irgendwie was davon, aber ich glaube, die ganze Scheiße nicht, die ich gesehen und gehört habe. Weil es war eigentlich eine Lose-Lose-Situation für beide Seiten, habe ich das Gefühl, wenn ich mir die letzte Saison angeguckt habe. Ja, also ich meine, alles, was man von außen sagen kann, ist eben, dass er wirklich weg wollte auch zu einem gewissen Grad. Ja, aber ... Genau, was aber auch so hot and cold war, das haben wir jetzt bei anderen Kandidaten viel, ich meine, wir sehen es jetzt gerade bei einem Jamal Adams, wir haben es bei Stefan Diggs in Minnesota auch viel mehr gesehen. Was ich mir halt vorstellen könnte, ist eben, dass ein Dave Gettleman an irgendeinem Punkt gesagt hat, ich habe keinen Lust auf das Drama, so diese Richtung. Und dann kamen halt die Browns mit einem Angebot, was jetzt ganz, gut war, oder was fair war, sagen wir es mal so, womit du aus Giants Sicht, natürlich, ich würde es immer noch nicht machen aus Giants Sicht, einfach weil ich sage, dieser Receiver, dieser potenzielle Top-3-Receiver ist einfach so wertvoll, aber wenn du ihn halt loswerden willst, dann guckst du auf das Angebot und sagst, okay, das ist, damit können wir leben, ja, das ist so meine wahrscheinlichste Erklärung. Der hätte dann aber, wenn du es jetzt sagst, Top-12-Offense könnten sie werden, der hätte der quasi den Unterschied gemacht, um halt auch ganz vorne dabei zu sein. Ja, ganz klar, Nummer-1-Receiver ist halt wirklich das Thema, also wir haben es ja jetzt auch gerade, können wir nochmal die Parallele schlagen mit Arizona, wo du halt sagst, da kommt ein DeAndre Hopkins in diese Offense rein, das wird diese Offense komplett verändern und ja, im Prinzip, diese Waffe fehlt den Giants, die haben mehrere Nummer-2s, aber genau, die Nummer-1s haben wir nicht. Ich glaube, der Punkt mit Dave Gettleman will keine Dieven im Team. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, weil guck dir doch mal an, wen sie seitdem Dave Gettleman da ist, so geholt haben. Wo sind denn die verrückten Guys? Das sind doch alles jetzt eher diese Vollblut-Profis an Golden Tate, Andrew Thomas, auch so ein, ja, unspektakulärer, safer Pick irgendwie. Daniel Jones, ich meine, da hätte man auch einen Dwayne Haskins. Nee, war das dasselbe Jahr? Ja, doch, war dasselbe Jahr. Dwayne Haskins, der jetzt in weniger Einsätzen eigentlich schon mehr Show gemacht hat. Ich erinnere mich da an die Szene, wo er eigentlich hätte wieder aufs Feld gewusst, aber mit den Fans gejubelt hat. Und Daniel Jones ist ja überhaupt nicht so der Typ. Daniel Jones ist ja so der nächste Eli Manning, ruhig introvertiert. Total. Also, sie haben ja gar keine, wie nennt man das? Ja, diese charakterlich auffälligen Typen, also vor allem dann auch mal negativ. So bunte Vögel-mäßig sowas. Bunte Vögel. Genau. Sie stellen so das Team auch mehr so danach zusammen, wo das Stadion steht und nicht, wo die Mannschaft ihr zu Hause hat. Es ist so mehr New Jersey Giants als New York Giants, was die da aufbauen. Aber wenn das dazu hilft, dazu führt, dass dann am Ende auch mal wieder Erfolge kommen, dann bin ich voll bei dem Weg. Das ist so ein bisschen auch das aus der Entfernung, dann vertraue ich denen. Ich habe gedacht, ey, wie kannst du den wegjagen? Du machst dich ja automatisch schlechter. Was sie jetzt hier aber aufbauen, ist halt kontinuierlich. Und wahrscheinlich sind sie, aber das ist ja Fazit nachher, mit wie viel sie zufrieden sein werden. Lass uns vor dem Fazit noch einmal auf die Defense gucken. Du hast sie angesprochen, was so dein Eindruck war, nämlich die Secondary. Immer wenn der Ball lang ging, hatten sie Probleme. Und das hat mich auch sauer gemacht. Ey, das kann doch nicht euer Scheißernst sein, Mann. Ich habe das Spiel doch in der Hand und dann so einfach. Aber naja. Sie haben jetzt eine junge Secondary. Dann auch noch einen Xavier McKinney gedraftet. Wirklich ein sehr talentierter Safety mit sehr viel Potenzial. Ein paar junge Typen auf Cornerback, die sie letztes Jahr schon geholt haben. Die Frage ist halt nur, wenn sich die jetzt alle positiv entwickeln, was ist mit der Front? Weil die springt mich für die kommende Saison erst so richtig an. Ich meine, da kann dann ein Secondary gut genug sein. Wenn die vorne an der Front, an der Defensive Line keinen Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben, irgendwann musst du dich geschlagen geben. Ja, ist genau das. Also Edge Rush halt vor allem. Das ist so die, wo ich sage, die Defensive Line an sich, wenn wir jetzt auf die Interior Line schauen, das ist ja das, wo sie rein investiert haben. Dexter Lawrence, der auch wirklich eine gute Rookie-Saison hatte. Mit Dalvin Tomlinson hast du einen der besseren Runstopper auf Nose Tackle in der NFL. Leonard Williams haben wir ja auch schon einige Male drüber gesprochen. Der ist halt rund um solide. Der ist halt nie diesem Pre-Draft-Hype bei ihm gerecht geworden. Und jetzt dann dementsprechend auch der Trade für ihn und so weiter. Das war alles so, musst du eigentlich nicht machen, weil dafür ist er irgendwie auch wieder nicht gut genug. Aber wenn wir jetzt auf dieses Trio schauen, die Defensive End, Nose Tackle, in dieser 3-4, dann ist das halt schon eigentlich, das ist ja die Stärke oder das, wo wir wissen, das wird ganz gut sein. Edge Rush ist halt echt ein Thema. Also, Marcus Golden hat ja diesen unrestricted Free-Agent-Tender bekommen. Dieser ganz obskure, wo du, er kann zwar mit anderen Teams verhandeln, wenn er aber bis zum 22. Juli ist es, glaube ich, oder Start des Training Camps, wenn er dann noch ohne Team ist, dann könnte er in der kommenden Saison nur für die Giants spielen, für 110% seines letzten Vertrags gehaltlich. Also, da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der am Ende da bleibt, wenn der halt offenbar auf dem Markt nicht das findet, was er sucht. Und er ist ja immer noch auf dem Markt, aber ansonsten haben sie halt echt nicht viel. Ja, Kyler Fackrell, der ist eher so ein Nummer-3-Rusher, würde ich jetzt sagen. Und Golden selbst ja auch, das ist ein guter Pass-Rusher, aber es ist jetzt keiner, der da einen Pass-Rush trägt. Da müssen wir nicht drum rumreden, da sind einige No-Names, die den Pass-Rush irgendwie wuppen sollen. Und da mache ich mir dann Sorgen, weil gerade diese junge Secondary, ja, die können sich entwickeln, ja, die haben Potenzial, wenn man sich einen Julian Love anguckt. Wie gesagt, Xavier McKinney, DeAndre Baker, ähnlich wie Quinton Dunbar letzte Woche das Thema. Wenn er spielen darf. Aber trotzdem, wenn du keinen Pass-Rush hast, dann musst du eine junge Secondary einen großen Sprung machen. Darf ich nochmal eine Frage zwischendurch stellen? Weil ich das, das habe ich nicht gehört, aber als, oder ich fange anders an. Wie habt ihr vor Saisonbeginn der letzten Saison die Defense der 49ers eingeschätzt? Von vornherein klar, dass das eine Defense wird, die die komplette Liga auseinander pflückt? Nee, das nicht, aber eine, die wahrscheinlich eine starke Front haben wird, die einen starken Pass-Rush haben wird, weil die hatten da ja schon zu dem Zeitpunkt ein paar gute Leute und dann noch ein Nick Bosa, der ja schon, also der galt ja schon als einer der besten Pass-Rushing-Prospects im College. Da haben wir uns, glaube ich, eher ein bisschen Gedanken gemacht über die Secondary, da haben einigen Sprung gemacht, wenn ich so an Jimmy Ward zum Beispiel denke, auf Safety. Richard Sherman hat sich noch mal wieder rehabilitiert. Also die haben uns überrascht, die Front eher weniger und wie das jetzt bei den Giants aussieht, also ich bin natürlich deutlich skeptischer bei den Giants jetzt als bei den 49ers. Nee, also verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, okay, wir sehen uns im Superbowl, ich will in Tampa die Giants sehen. Es geht mir nur so ein bisschen darum, weil ich schon immer das Gefühl habe, dass das so schwer einzuschätzen ist, weil manchmal, also ich höre euch auch gerne zu und ich nick immer und ich verstehe das immer alles und denke mir, ja, das stimmt schon, Einschätzung. Und in der Saison passieren dann Dinge, warum auch immer, dann verletzt sich einer oder da kommt irgendwie ein Talent dazu und von dem niemand was auf dem Zettel hat, auf einmal verschiebt sich das komplette Gefüge. Und das finde ich so krass an diesem Sport. Ja, gerade Defense, also insbesondere, wenn wir von defensiver Projection sprechen, ist das so schwer, weil es von Jahr zu Jahr halt auch viel instabiler ist. Also offens kann man halt wirklich deutlich eher bestimmte Sachen auch prognostizieren, weil es ja auch viel mehr vom Quarterback halt abhängt. Das ist ja einfach so das Ding und du hast halt diesen einen Schlüsselfaktor und sagen wir mal, die Chiefs mit Patrick Mahomes oder auch die Seahawks mit Russell Wilson, so diese Teams mit den Top Quarterbacks, da ist halt so eine Baseline einfach da und die werden jetzt nicht komplett einbrechen, solange sich jetzt dieser Spieler natürlich nicht verletzt und defensiv sind es halt einmal viel mehr Rädchen, die zu gleichen Teilen sozusagen ineinander greifen und wenn da halt dann irgendwo was nicht passt, dann funktioniert das ganze Gesamtding nicht und Defense ist halt auch einfach abhängiger von der Offense, gegen die sie spielt. Also umgekehrt, Offense diktiert halt mehr und Defense reagiert mehr in der Regel, wenn wir über große Sample-Size sprechen. Ja, okay. Das heißt, da ist die Projection halt auch einfach schwieriger. Es ist ja grundsätzlich, ich meine, wem erzähle ich das? Niemand hätte, glaube ich, gedacht, dass Werder Bremen wirklich einen Spieltag vor Ende auf dem vorletzten ... Schön wie der Salz. Drück da noch mal rein. Schön wie der Salz. Niemand hätte gedacht, dass der HSV einen Spieltag vor Ende Vierter ist. Also es ist ja grundsätzlich natürlich, in so einer Saison kann so viel passieren. Ich meine, überlegt dir mal, was mir gerade eingefallen ist, als Adrian das erzählt hat, mit den Defenses. Und wenn die Rädchen nicht ineinander greifen, erinnert euch noch mal an den Start der letzten Saison, was wir über die Ravens-Defense gesagt haben. Ich habe eine ganz lange Liste mit Stichpunkten geschrieben, was alles bei der Ravens-Defense falsch läuft nach den ersten paar Spielen. Da lief gar nichts zusammen. Die hatten Coverage-Busts ohne Ende, haben dadurch fast Spiele regelmäßig aus der Hand gegeben und dann greifen die Zähnchen spielerisch, also da kamen ja keine groß anderen Spieler irgendwie, doch Markus Peters kam noch später, glaube ich, mit dazu. Aber trotzdem, da haben dann die Rädchen ineinander gegriffen und schon ist das eine Top-Defense gewesen. Also gerade bei Defense ist so von Nuancen, so von auch einzelnen Entwicklungen, du hast die 49ers angesprochen, wie da eben diese individuelle Steigerung dann dazu geführt hat, dass diese ganze Defense einfach besser ist. Aber, um jetzt auf die Giants zurückzukommen, da müssen einige einen Sprung machen, da müssen sich einige positiv entwickeln, die da sind. Ich meine, Adrian hat noch gar nichts, glaube ich, zur Secondary gesagt. Ich weiß, dass er da ein, zwei Spieler ganz spannend findet. Aber trotzdem, die müssen liefern. Ich würde sogar noch weiter rauszoomen, weil ehrlicherweise ist er da und da sind wir wieder auch bei der Coach-Geschichte. Wir wissen ja auch noch gar nicht genau, was für eine Defense die spielen wollen. Also Patrick Graham, den sie jetzt als Defensive Coordinator geholt haben, der war jetzt unter Brian Flores, dem Dolphins-Head-Coach, hat auch eine Patriots-Vergangenheit. Eben Joe Judge, der jetzt auch von den Patriots natürlich direkt kam. Sprich, so die These, dass sich die Defense von der Grundidee her mal an den Patriots-Prinzipien orientiert, ist, denke ich, die naheliegendste. Ob es dann so kommt, das muss man mal sehen. Aber die Off-Season unterstreicht es ja auch. Also du holst James Bradbury, das war so der Nummer-2-Corner auf dem Free-Agency-Markt nach Byron Jones. Draftest eben Xavier McKinney, ein super flexibler Safety, den du eben, kannst du tief als Split-Safety stellen, kannst ihn in die Box stellen, kannst ihn als so defensive Allzweckwaffe irgendwie auch einsetzen. Und das ist ja auch genau das, was die Patriots eben mit ihren Safeties machen wollen. Die hohe, oder auch mit der Secondary insgesamt, diese hohe individuelle Qualität einmal auf Cornerback, dass du halt die Freiheit auch hast, wirklich Man-Coverage zu spielen und dann die Flexibilität eben auf Safety und dann erweitert sich das dann eben auf die Linebacker. Und da finde ich das Personal wirklich ganz spannend, weil Baker hatte jetzt keine gute Rookie-Saison, auf jeden Fall, aber hat sich auch gesteigert. Julian Love, den mochte ich ja sehr letztes Jahr vor dem Draft, den haben sie dann mehr auf Safety geschoben, könnte aber jetzt auch wieder in den Slot rücken, wo ich ihn eigentlich am ehesten gesehen habe vor dem Draft, mit McKinney jetzt der, der dann auf Free-Safety starten könnte, neben Jabril Peppers, den sie ja auch noch haben. Also diese Starting Five, die ich mir da so vorstelle, eben mit Baker, mit Peppers, mit Julian Love, mit Bradbury und mit McKinney, die ist eigentlich wirklich, das liest sich nicht so schlecht und klar, da reden wir jetzt mehr von Potenzial als von was können wir irgendwie ernsthaft predikten oder was kann man planen so. Genau, und ist halt auch wirklich jung, aber zumindest, glaube ich, siehst du, wo die Reise hingehen soll. Ob's dann funktioniert, ist eine andere Frage, aber du siehst, was so der, in meinen Augen, was halt so der Plan ist und das ist eben die Defense über die Secondary aufbauen, in der Front mehr mit Blitzing, mehr mit Flexibilität, mehr mit Passrush-Paketen arbeiten. Genau. Wir lernen hier wieder richtig was für diese Saison, ich freu mich drüber. Ja, mein größtes Fragezeichen ist dann eben, wie lange muss so eine, selbst wenn sie ihr Potenzial nahezu ausschöpfen oder sich alle irgendwie steigern und sich gut entwickeln. Xavier McKinney, wie gesagt, großer Fan. Ich glaub, wir beide hatten ihn als besten Safety der Draftklasse auf dem Zettel. Wenn man Simmons halt extra sieht, genau, ja. Gut, Simmons ist alles Mögliche. Je nachdem. Ich glaub, den hatten wir gar nicht als Safety eingeordnet, sondern als Leinwerker. Nee, wir hatten ihn als Leinwerker. Aber trotzdem, wenn kein Passrush da ist, wird's für jede Secondary der Welt schwierig und das ist eben das, wo ich mir Sorgen mache. Kommen wir doch mal zu einem Fazit oder zu einem Ausblick auf die kommende Saison. Nico, wenn du jetzt das, was du letztes Jahr erlebt hast, gesehen hast, mit dem verbindest, was jetzt in der Off-Season passiert ist, was du gelesen hast, was du jetzt auch von uns teilweise gehört hast, wenn du das alles zusammentust, mit welchem Gefühl gehst du rein? Was glaubst du, was ist ein realistisches Ziel oder was erhofft man sich aus Giants Sicht? Also, ich sehe da in dieser Liga immer solche Sprünge bei Mannschaften, die man manchmal vielleicht voraussagen kann, manchmal aber auch nicht. Und meine Hoffnung ist jedes Jahr wieder, dass die Giants zu diesen Mannschaften gehören, wo aus dem, keine Ahnung, 5-11, ein 11-5 wird und man gar nicht weiß, ups, warum. Weil im Endeffekt geht es ja, guck mal, also wenn du dir den Run Richtung Playoffs anguckst, dann ehrlicherweise reicht ja manchmal auch, ich weiß gar nicht, ich glaube diese Saison sind ja die Playoffs, gibt es nicht noch zwei mehr Teams dieses Jahr? War nicht so. Ja, genau, siehst du. Also eins pro Konferenz. Ja, siehst du, vielleicht dann reicht sogar 8-8 für die Playoffs. Und das sind nur, ja okay, 9-7. Aber dann, ich verhandle. Aber auf jeden Fall ist das nicht so ein weiter Weg. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn man sieht, dass der Trainer eine Philosophie hat, das ist die Fußballphrase, die man rübernehmen kann, aber das gilt hier ja ganz genauso, ehrlicherweise. Ja, absolut. Dass man, da ist ein Neuer und man merkt, okay, der hat einen Plan und wenn ich das von euch jetzt auch lerne, dann ist überall Potenzial und wenn die das noch nicht ganz abschöpfen, aber die Hälfte der Spiele damit gut machen und die Hälfte nicht, aber mal Überraschungen landen und die sind ja nun mal auch in einer starken Division, wo es richtig schwer wird. Also insofern, da Achtungserfolge feiern und Daniel Jones mehr Raum geben und Saquon Barkley wieder in die Top-Kategorie bringen, dann ist es eine gute Saison gewesen. Also ich höre da raus, es ist ein Brückenjahr, ein Entwicklungsjahr. Acht und Acht wäre so ein richtig gutes Ergebnis am Ende unterm Strich. Neun und Sieben. Oh, Neun und Sieben. Ich glaube, Neun und Sieben wird schon richtig schwierig. Du hast die Division angesprochen, aber was ja natürlich in der NFC das Problem ist, du hast eine unfassbar starke Conference. Also da werden viele Teams in Richtung Acht und Acht und Neun und Sieben, glaube ich, gehen können, zumindest theoretisch. Aber du hast vollkommen recht, ich finde auch immer, wenn ein neuer Coach kommt, du hast einen Quarterback in seinem zweiten Jahr, viele junge Spieler, sowohl in der Offense als jetzt auch noch in der Defense. Da sind einige, die noch Entwicklungspotenzial vor sich haben und wenn man da eine Tendenz erkennen kann und man am Ende nicht unter die Räder kommt, ich glaube, dann ist man bei den Giants auf einem guten Kurs. Oder Adrian? Ja, würde ich eigentlich auch so sagen. Sagen wir ja auch bei neuen Headcoaches, ich glaube, bei den Panthers haben wir es auch ähnlich als Prognose dann irgendwie oder als Aussicht so in die Richtung gesagt. Also für mich ist es von dem, was ich da so sehe, auf dem Papier ungefähr, ist es so ein 6 und 10 Team. Das wäre so mein grober Tipp gewesen. Nico, lass euch nicht zufrieden damit. Ja, ich glaube, also ich glaube, 7, 6 und 10, 7 und 9, das wäre so mein realistischer Best Case für die Giants. Okay, krass. Ich denke, es wird sich auch ungefähr da in der Richtung einpendeln können. Letztlich hält, also zwei Sachen sind halt ganz entscheidend. Einmal, wie sehr kann Joe Judge eben auch seine Ideen umsetzen? Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal ausführlicher darüber gesprochen haben, aber ich denke auch gerade, dass halt neue Headcoaches durch die Corona-Offseason eher noch einen langsameren Start haben werden, als wir es sowieso ja schon sehen. Also neue Headcoaches ist ja eh meistens schon so was, was ein bisschen Zeit braucht. Und jetzt haben sie natürlich viel weniger Möglichkeiten, ihre Sachen auch zu installieren. Das heißt, da wird sicher auch so ein bisschen der Saisonstart, könnte ich mir vorstellen, davon betroffen sein. Und dann halt Daniel Jones. Also letztlich, wovon reden wir immer? Headcoach und Quarterback. Und letztlich sind das bei den Giants zwei riesige Wildcards. Das kann in beide Richtungen gehen. Daniel Jones hat mich positiv überrascht letztes Jahr. Die Probleme, habe ich hier angesprochen, sind für mich halt relativ deutlich. Wenn er da sich steigern kann, dann können die Giants sich auch verbessern. Wenn er das nicht kann, dann wird es halt auch schwer, sich zu verbessern. Aber ich glaube zumindest, dass die Defense einen Schritt nach vorne machen wird. Da bin ich eigentlich relativ optimistisch. Ich habe noch irgendwo so ein, also so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich mich mit jemandem darüber unterhalten habe. Das war so ein Gedanke, das man ja auch nicht vergessen darf. Dann ist Daniel Jones auf einmal Number One Quarterback, sitzt aber in einer Kabine neben einer fucking Legende in der ganzen Franchise und ist definitiv nicht Number One Quarterback in der Kabine, sondern ist einfach, ja okay, heute spielst du wieder. Jungs, es ist okay, er spielt heute. Verstehst du, was ich meine? Also das ist ja auch Psychologie. Und wenn er jetzt das Erste, das in diesem Jahr dann auch als wirklich als Leader mitgehen kann, dann ist das auch ein Effekt, glaube ich. Und der Typ hat halt, also letzter Satz, Entschuldigung, aber ich bleibe dabei, was ich am Anfang erzähle, der Typ hat halt, muss ja meine Statistiken in der Fantasy League sein, der muss ja Granatenspiele gemacht haben. Und davon hat er ein paar gemacht. Wenn er die nochmal macht, dann gewinnen sie auch wieder welche. Er ist halt so ein James-Winston-Typ vor der Weg so ein bisschen. Das ist halt wirklich so, du hast halt diese, und das ist was ich vorhin auch gemeint hatte, du hast halt wirklich auch diese Spiele, wo du siehst, A, er ist gewillt, den Ball tief zu werfen. Das ist ja schon mal wirklich eine gute Qualität, weil wir haben genug Quarterbacks in der NFL, über die ich mich auch regelmäßig aufreg, die nicht gewillt sind, den Ball tief zu werfen und halt auch dann dementsprechend diese Big Plays so nicht bekommen. Auf der anderen Seite hat er halt auch viele Turnover selber produziert oder halt auch Turnover-Risiken ist er eingegangen. Das, ja, also für Fantasy sehen die Zahlen dann natürlich oft noch ein bisschen besser aus. Das ist klar. Weil der Touchdown ist halt mehr wert als die Interception. Ja, genau. Genau, nee, aber das sind halt auch Sachen, mit denen du halt arbeiten kannst und dann ist eben die Frage, was davon kannst du verbessern? Ich mein, James Winston war letztes Jahr einer der besten Fantasy-Spieler und dieses Jahr ist er Backup-Quarterback, ne? Also das ist ... Ja, das ist krass. Es ist immer schwer, unter einen Hut zu bringen. Also ich will mich ja bei meinen Gästen nicht unbeliebt machen, aber ich bin, glaube ich, tatsächlich noch ein Stück skeptischer bei den Giants im kommenden Jahr mit den Wildcards, mit dem Headcoach. Ich bin kein großer Daniel-Jones-Fan, auch nach dem ersten Jahr nicht. Da waren für mich gute Sachen dabei, haben wir angesprochen, aber auch viele schlechte. Und ich glaube, die Defense wird einfach ein zu großes Problem sein, weil die Defense wird viele Punkte zulassen, das wird keine Elite-Defense. Und dann frage ich mich, wie die Offense, wo sicher Talent drinsteckt, aber dann auch noch ein Jason Garrett an der Seitenlinie steht, der halt wenig Risiko, glaube ich, von Natur aus eingeht, ob sie dann in ... In wie vielen Spielen sie einfach mehr Punkte machen können, als sie müssen? Und das, glaube ich, wird sehr kritisch. Wenn sich das gut entwickelt, wie gesagt, Joe Judge, ich habe keine Ahnung, wie ich den einschätzen soll. Jason Garrett sehe ich auch ein bisschen kritischer. Weiß man, wenn man diesen Podcast hört. Also, ich mache mir nicht große Sorgen. Ich glaube schon, dass sie sich insgesamt verbessern werden. Aber, ja, gut, dann, wenn sie sich verbessern werden, sind es sechs Siege, ne? Gut, vielleicht bleiben es auch fünf. Von denen, würde ich gerade sagen, natürlich habe ich auch eine, Moment, richtige Farbe, rot-weiß-blaue Brille auf hier. Das ist ja auch schon klar. Aber diese Liga ist, also, das würde ich jetzt gerne mich länger mit euch unterhalten, aber das würde jetzt den Rahmen schränken. Diese Liga finde ich so krass. Also, ich mag, bin deshalb auch ein riesengroßer NFL-Fan und vor allem in den letzten Jahren auch noch wieder mehr da reingestiegen, weil Fußball mich halt hart nervt. weil dieses, ja, weil einfach dieses Machtverhältnis ist ein anderes. Ja, total. Ja, eben, weil, also, Fortuna Düsseldorf kann, gewinnt fast nie gegen Bayern München, aber die Miami Dolphins gewinnen dann letztes Jahr, war das letztes Jahr, weiß ich nicht, gegen die Patriots. Gegen Patriots, ja. Die Leistungsdichte in dieser Liga ist einfach so unglaublich eng und das macht es ja auch so attraktiv. Ja, vor allen Dingen, du brauchst, du spielst eine scheiße Saison, ich weiß jetzt nicht mehr, aber ich habe das die letzten Jahre immer mal beobachtet, du spielst eine scheiße Saison, stehst bei 2.14, dann machst du in der Pause was und auf einmal machst du einen Wahnsinns-Run, spielst für dich Playoffs und da reißt du dann jemanden um und stehst auf einmal irgendwo sogar im Conference-Finale und das gibt es halt in kaum einer anderen Sportart, in kaum einer anderen Sportart so wie hier und das ist natürlich dann immer die Hoffnung. Ihr seid mehr Experten und ihr habt die Lines auch mehr im Auge als ich, bei mir ist es mehr Wunschvater des Gedanken, ihr werdet wahrscheinlich Recht haben und wenn nicht, dann komme ich wieder und mache auf jeden Fall. Sehr gern, nächste Division Preview, bist du schon gebucht. Ich bin wieder dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, also man merkt auch deine Leidenschaft, was das Thema angeht, was die Giants angeht. Kurz noch zu dir, damit dich alle auch irgendwo verfolgen können, du bist ja ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen, medial, aber ich folge dir über Instagram und da kriegt man das meiste mit, aber sag doch noch mal aus deiner Sicht, wo kann man dich sehen, hören, lesen und so weiter. Ja, also das ist ja, um es kurz, ganz schnell auszuholen, aus dem Hip-Hop angefangen und wenn du Hip-Hop-Fan bist, dann hast du das eh schon mitgerichtet, ansonsten ist der Backspin-YouTube-Kanal, das Mecca, wo du meine insgesamt über tausend Interviews, die ich in 20 Jahren geführt habe, dir nochmal alle angucken kannst. Wenn du damit durch bist, gehst du dann zu Rocket Beans rüber und guckst dir alle Bonusliga-Folgen in den letzten fünf Jahren an. Auf jeden Fall. Und wenn du dann Bock hast, mir auf Instagram zu folgen, dann passiert genau das, denn ich bin die letzten Jahre, ich sage immer, Rap habe ich so ein bisschen durchgespielt dabei, meine Leidenschaften miteinander zu verbinden und dazu gehört Fußball, Hip-Hop mit in den Fußball zu nehmen, Football, was auch eine wahnsinnige Energie hat und vor allen Dingen, ihr habt hier ja immer ein bisschen durch Leute wie mich die Fansicht dabei und genau die, die kann man auch noch, die muss man noch mehr, noch mehr Leben einhauchen, da sind wir gerade erst am Anfang, glaube ich, in diesem Land auch, dazu zu zeigen, was für ein insgesamt ein krasses Event und was für ein Happening dieses Ganze ist, dieses Spiel, wie viel Spaß das macht und das ist so ein bisschen meine Passion, diese Welten zu verbinden, also mein Instagram-Account ist da schon das Zentrum, auf dem wird man alles mitkriegen. Sehr gut, dann drücke ich dir die Daumen, nicht nur für all deine Projekte, die aber sowieso schon sehr gut laufen, sondern natürlich auch für Werder Bremen am Wochenende. Es hat sehr viel Spaß gemacht, würden uns freuen, wenn du wieder kommst. Mach's gut, bis denn. Wir sehen uns nächstes Jahr. Sehr schön. Und damit wären wir bei den Cowboys angekommen. Astellis, die letztes Jahr diese Division hätten gewinnen müssen. Haben sie aber nicht. Und man kann letztendlich sagen, haben sie zum Glück nicht, weil ich glaube, sonst könnte es sein, dass Jason Garrett weiterhin Head Coach dieses Teams wäre, wenn sie wieder irgendwie sich in die Playoffs gemauschelt hätten. und sie haben jetzt nicht nur eben den Trainerwechsel vollzogen in der Offseason, sondern auch einige sehr, sehr gute Moves gemacht. Inklusive einer der besten Drafts in meinen Augen von allen Teams. Aber bleiben wir nochmal beim Head Coach. Mike McCarthy ist zurück, nachdem er ja jahrelang bei den Packers war, dann ein Jahr ausgesetzt hat. Und wir haben ihn ja, oder viele von uns haben ihn ja in Erinnerung als jemanden, der letztendlich die letzten Jahre stagniert hat, sich nicht mehr weiterentwickelt hat an seiner Philosophie, die einfach irgendwie auch überholt war, festgehalten hat. Jetzt hört man aber sehr viele Berichte darüber, dass er sich in seiner freien Zeit, in seinem Sabbatical, sehr viel mit so Sachen wie taktischen Trends in der NFL beschäftigt hat, dass er sich mit Analytics intensiv auseinandergesetzt haben soll. Und ich glaube das tatsächlich, weil, also sowas musst du ja nicht erzählen. Also sowas musst du dir ja nicht ausdenken. Ich glaube auch nicht, dass du dir sowas ausdenken musst, um einen neuen Job in der NFL zu bekommen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, weil er ja damals auch bei den Packers als jemand, ja reingekommen ist, der ja auch gewisse Dinge revolutioniert hat oder auch einen neuen Wind mit reingebracht hat. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man das Ende kennt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Mike McCarthy vielleicht mit der einen oder anderen neuen, guten Idee auch kommt. Also das will ich auf keinen Fall ausschließen. Ich glaube schon, dass da auch einiges an guter Medienarbeit geleistet wurde, sagen wir es mal so. Und da viel auch gut verkauft wurde. Du hast recht, man muss es nicht machen, aber natürlich positionierst du dich damit auch in einer gewissen Art und Weise. Und letztlich hat er ja den lukrativsten Job gekriegt. Das muss man ja auch sagen. Also der Cowboys Headcoaching-Job ist ja halt mit Abstand das lukrativste, was jetzt so dieses Jahr offen war. Also ich will es auf keinen Fall ausschließen. Es wäre den Cowboys-Fans zu wünschen, dass das auch, dass das stimmt. was eben, finde ich, irgendwo Grund für Optimismus gibt, ist, dass sie Kellen Moore behalten haben. Das heißt, er hat da nicht gesagt, ich gehe da rein und mache da mein Ding und fertig, sondern man eröffnet sich schon mal in dieser Richtung auf jeden Fall. Also gehen ja davon aus, dass er nicht Kellen Moore behält, um ihn dann zu ignorieren, sondern dass er da auch wirklich dann den Input haben will. Sprich, da ist schon mal so eine Stimme, die ihn dann vielleicht auch mal hier und da in eine andere Richtung zieht. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, würde ich jetzt mal behaupten. Und klar, dann muss die Hoffnung irgendwo sein, dass du einen Coach hast, der einmal auf der einen Seite einiges an von den Basiselementen West Coast Offens eben auch weiterführt, was unter Jason Garrett auch da war und was die letzten Jahre in Dallas auch gegeben war und das dann im Idealfall halt weiterentwickelt und modernisiert. Und das war ja so das Thema eben mit Dallas, was wir letztes Jahr auch hatten, Anfang der Saison. Da waren sie dann so ein paar Spiele mal, wo wir auch über sie geschwärmt haben, wo diese Offens wirklich deutlich besser auch aussah, ist dann wieder so ein bisschen in den alten Trott zurückgefallen, aber das Potenzial, um auch wirklich eine moderne und hochexplosive und Highscoring Offense aufs Feld zu bringen, das ist ja absolut gegeben. Naja, und wenn du sagst, in den alten Trott zurückgefallen, ich glaube halt schon, dass Jason Garrett da eine entscheidende Bremse in dem ganzen Konstrukt dann war, weil das sei ja auch ... Klar, also ist Spekulation halt natürlich letztlich, wissen wir nicht sicher. Logisch. Aber klar, das kann ... Aber es sah schon sehr nach dem aus, was wir vorher auch immer von Jason Garretts Offenses gesehen haben, weißt du? Das war jetzt nicht das, was am Anfang der Saison war, wo sie deutlich andere Dinge ja auch gemacht haben, aber wenn du die Offense schon so ansprichst, da sind ja echt viele gute Dinge einfach geschehen, mit Mary Cooper, den man, ja gut, kann man das als gute Sache abstempeln, der bekommt sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld. Hat man noch C.D. Lamp im Draft geschenkt bekommen, Michael Gallup. Wir haben in den News jetzt schon über Dak Prescott gesprochen. Das ist ja auch eine ganz entscheidende Personalie in dem Ganzen. Franchise Tech unterschrieben. Ich find's auch, ja, man kann darüber diskutieren, wann bekommt er seinen Deal, was für einen Deal bekommt er. Aber für mich viel spannender ist ja, inwiefern er sportlich noch eine Wildcard ist, weil wir haben jetzt mehrere komplett unterschiedliche Saisons gesehen. Wir sehen auch immer wieder komplett unterschiedliche Spiele. Er sieht manchmal aus wie ein unfassbar guter Quarterback, hat dann aber auch wieder Spiele mit dabei, wo er seltsame Entscheidungen trifft. Also, inwieweit ist jetzt ein Dak Prescott noch eine Variable in dem Ganzen? Also, für mich hat er letztes Jahr den Schritt gemacht. Weg von dieser Wildcard hin zu einem Top-10, Top-12-Quarterback mit Woche für Woche Potenzial Top-5-Quarterback auch mal zu sein. Ich glaube nicht, dass er das konstant wird in der NFL. Ich glaube nicht, dass er ein jährlicher Top-5-Quarterback oder auf eine Saison gesehen Top-5-Quarterback dann sein wird. Aber, dass er letztlich irgendwie doch immer sich irgendwo um diesen Platz 6 bis 10 irgendwo da einpendelt. Diesen Schritt hat er für mich letztes Jahr gemacht. Klar, man kann sagen, das muss er noch bestätigen. Das finde ich irgendwo auch fair. Aber die Tools sind halt super und er hat jetzt für mich zumindest das auch mehr als häufig nur gezeigt, dass er das halt auch wirklich aufs Feld bringen kann. Deswegen ich sag, die Cowboys wären gut beraten, ihn jetzt zu bezahlen. Langfristig auch mit einem langfristigen Vertrag, weil ich davon ausgehe, dass wenn der die kommende Saison spielt, dass der deutlich teurer sein wird, weil ich denke, dass die auf uns gut sein wird. Ja, ich habe noch so klitzekleine Restzweifel, einfach weil nach dem ersten Jahr hat man auch schon gedacht, oh, was für ein toller Quarterback und so viel besser als erwartet. Dann gab es aber auch wieder das ein oder andere Jahr, wo es dann nicht so rund lief, auch individuell. Ich fand ihn auch stark letztes Jahr und die Baseline ist, oder die Baseline, die ich erwarte, ist deutlich höher als jetzt zum Beispiel vor der letzten Saison. Also, ich weiß nicht, ich traue dem Braten zu 80 Prozent, sagen wir es mal so. Also, irgendwo ist noch so ein bisschen Ungewissheit in mir. Aber diese Baseline, die du ansprichst, also die Ungewissheit wäre dann vielleicht für dich, ist vielleicht dann nur, weiß ich nicht, der 14. beste Quarterback oder sowas. Also, im Mittelfeld, genau. Genau, aber viel tiefer würde man ihn ja, glaube ich, selbst, wenn man ihn kritisch sieht, irgendwie nicht einsortieren. Und ich finde halt, also, wie gesagt, für mich hat er letztes Jahr Top Ten irgendwie so in dieser Richtung rund um den, den zehntbesten Quarterback-Spot mit Potenzial für ein bisschen mehr. Das hat er für mich so ein bisschen manifestiert letztes Jahr und ich glaube, in der Richtung werden wir ihn auch nächstes Jahr sehen. Auch hier der Blick ins Backfield, es ist eine gut besetzte Positionsgruppe bei den Cowboys, wie seit Jahren. Sieg Elliott, ähm, ja, also, das wird ihm, glaube ich, also, es wird einem Elliott helfen, dass man bei den Cowboys einfach nicht mehr davon ausgehen kann, dass er jedes Mal den Ball bekommt. auch bei First und Second Down. Ich glaube, das wird sich ändern und ich glaube, das wird ihm auch die Arbeit einfacher machen und da kann auch er, glaube ich, von profitieren. Also, ohne einen Jason Garrett, ähm, mit ein bisschen mehr Kreativität, vor allem dann halt mit diesen Receiving-Waffen, da hat eine Defense dann plötzlich nicht mehr einen Sieg Elliott irgendwie im Hauptfokus und dann noch einen Tony Pollard, der einen Elliott ja sehr, sehr gut ergänzt mit seinen Receiving-Fähigkeiten, ähm, wo Elliott ja so ein bisschen limitiert ist dann auch. Ähm, also, das Backfield, Backfield wird gut sein. Es gibt ein paar andere Sorgenkinder, die Tight-End-Position, ähm, Jason Witten weg, ja, der war alt, ja, der war alles andere als dynamisch, aber der hat ordentlich Targets gesehen und vor allem auch in der Red Zone war er nicht ganz, ganz unwichtig und Blake Jarvin muss da jetzt, muss da jetzt ran, weil sonst haben sie da nicht weiter für, für großartigen Ersatz gesorgt und die O-Line, um die auch noch mal mit reinzunehmen ins Boot, seit Jahren eine der Besten der Liga und sie wird auch wahrscheinlich dieses Jahr sehr gut bleiben, aber dieser Travis Frederick-Verlust auf Center könnte natürlich wehtun. Ja, letztes Jahr hat er dann, er kam ja zurück nach seiner, nach seiner Nervenerkrankung und letztes Jahr war er dann schon nicht mehr der Alte, das, ähm, das war doch recht deutlich, er war immer noch ein solider Center, aber halt nicht mehr dieser Elite-Center, der er davor eigentlich seine Karriere über war in Dallas. Insofern jetzt im Vergleich zur letzten Saison ist dann das Downgrade zu wahrscheinlich Joe Looney, ähm, wenn die nicht direkt ihren vierter Runden-Pick Teilabjadisch dieses Jahr starten lassen wollen, ist das Downgrade wahrscheinlich jetzt nicht so krass, wie es in einem anderen Jahr gewesen wäre, aber du verlierst halt immer noch einen, auch einen Center, der halt natürlich dir wahnsinnig viel hilft, was Protection erkennen und solche Sachen angeht. Ansonsten kann man die Line eigentlich, glaube ich, relativ schnell abhacken. Du hast einen der besten Guards der Liga in Zach Martin, du hast einen super Right-Tackle mit Lyle Collins, du hast lange einen der besten Left-Tackles der Liga, Tyron Smith so ein bisschen auch auf dem absteigenden Ast, aber immer noch Top-Ten-Tackle, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ein bisschen verletzungsanfällig natürlich, klar. Und dann hast du halt noch Left-Guard Conor Williams, der letztes Jahr okay war, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, da haben sie ihre Absicherung so ein bisschen verloren mit Xavier Suafilo, der in der Free Agency ja gegangen ist. Das war immer ein ganz guter, ein ganz guter Swing-Guard, den dahinter zu haben. Aber an sich, das sollte auch nächstes Jahr wieder irgendwie eine Top, weiß ich nicht, Top-Ten-Line, Top-Acht-Line sein. Und das kann man eigentlich über diese ganze Offense behaupten, weil, ja, ich mag vielleicht noch so ein bisschen, ähm, Zweifel, Zweifel ist eigentlich ein zu hartes Wort, Ungewissheit, klingt auch irgendwie negativ. Also, ich kann vielleicht ein bisschen skeptischer bei Dak Prescott sein, ähm, aber ich halte es ja nicht für ausgeschlossen, dass er sein Niveau vom letzten Jahr nochmal erreicht. Plus die Waffen, plus CD Lamp, diese O-Line, Kellen Moore darf bleiben, der gute Ideen mit reingebracht hat. Ich bin gespannt. Ich glaube, Mike McCarthy wird viel offener dafür sein als ein Jason Garrett, egal wie viel er sich jetzt mit Analytics und neuen Scheme-Trends äh, befasst hat. Ich glaube, das wird ein Fortschritt sein für diese Offense und die sollten eigentlich zu einer der Besten der Liga gehören. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Ja, also, mit der O-Line, die, wie gesagt, eigentlich Top Ten sein sollte, das heißt, du kannst auch, du kannst den Ball auch laufen und du kannst aber auch, hast gewisse Freiheiten auch, was das Passspiel angeht, du musst nicht irgendwie um eine schlechte Pass-Blocking-Line herum arbeiten, sondern kannst dich eigentlich darauf verlassen, dass du eine ganz gute Line hast. Prescott haben wir jetzt ja genug gesagt. Ich glaube, gerade auch, was er mittlerweile pre-snap alles schon macht und wie schnell er auch dann seine Targets findet, wie schnell er durch seine Reads geht, wie gut er dann auch so in diesem Timing-Rhythmus-Ansatz ist, der ja auch zu Mike McCarthy wieder passt. Da sehe ich auch schon eben wirklich Potenzial, dass der dieses Level aus der letzten Saison relativ gut halten kann. Und dann halt die drei Receiver, klar, das wird ein Eleven-Personal-Offense sein, das kann man auch eigentlich nicht wirklich anders erwarten von McCarthy und mit dem Spielermaterial. Ja, vor allem mit dem Spielermaterial, also alles andere wäre Quatsch. Genau, da sollten die, also ehrlicherweise muss man sagen, das sollte von dem, was sie auf dem Papier haben, eine Offense sein, die jede Woche 30 Punkte machen kann. Ja, vielleicht müssen sie das ja auch. Also die Defense, die müssen wir ja auch noch besprechen. Das klang ja jetzt ja schon nach einem Fazit von dir, aber die Defense kommt ja noch und eins springt da ja einen direkt an und das ist die Cornerback-Position. Es war klar, dass sie nicht alle ihre Topspiele halten können und Byron Jones, den Cornerback, haben sie am Ende gehen lassen. Ich glaube mal, sie haben doch mit dem Murray Cooper Form-Draft, lange Form-Draft verlängert, oder? Also wenn sie gewusst hätten, dass C.D. Lamb zu ihnen fällt an 17, ich glaube, dann hätten sie es anders gemacht, anders gelöst. Jetzt, gut, kann man sich mehr ändern. Avouzié muss jetzt ran, der war eine gute Nummer 2 eigentlich letztes Jahr, aber jetzt muss er wahrscheinlich so die Nummer 1 sein. Dann haben sie noch einen Anthony Brown, der hat keine 300 Snaps gespielt letztes Jahr. Sie haben Trevor und Dix gedraftet in der zweiten Runde. ist im Prinzip das Gegenteil von einem Avouzi, der sehr schneller, sehr, ähm, der explosiver Corner ist und Dix ist so ein physischer Zone-Corner. Vielleicht ergänzen sie sich gut, allerdings müssten sie vielleicht auch schon das Starting-Duo an Tag 1 sein, in Woche 1 sein und dann sind da natürlich schon ein paar Fragezeichen mit dabei. Auf jeden Fall. Also Cornerback ist, ich finde generell, man kann das ja dann sogar noch ausweiten, wenn wir gleich über die Front sprechen, ich finde die Pass-Defens insgesamt wird einfach ein echtes Fragezeichen sein und Cornerback ist mit Sicherheit die größte Baustelle. Ich finde auch Safety ist echt nicht gut, also da sind sie jetzt auch nicht gut aufgestellt. Ich finde, dass Clinton Dix zumindest ein bisschen so Under-the-Radar-Upgrade sein könnte. Das ist so eine solide, ich finde so eine solide Baseline irgendwie, aber auch da würde ich jetzt nicht zu viel erwarten. Ja, und dann hast du halt eine Cornerback-Gruppe. Ich denke auch, dass Jidobi, Avouzi und dann relativ schnell Trevon Dix das Starting-Duo sein werden. Sie haben noch einen Daryl Worley geholt von den Raiders, vielleicht spielt der auch da irgendwie eine Rolle. Aber, ähm, ja, also Jordan Lewis im Slot, das ist, denke ich, ganz okay, damit kann man arbeiten. Aber das sind schon, da sind schon echt einige Fragezeichen. Immer, immer wenn du, wenn du sagst, irgendwie so, die Konstellation ist, dass eine gute Nummer zwei den Schritt zu Nummer eins machen muss und ein Rookie einen großen Impact haben muss, dann, ähm, dann sollten da so ein paar Alarmglocken angehen. Da kann man in die, in die eigene Division schauen. Das haben die Eagles auch mal gehofft, dass da so ein paar Cornerbacks einen Schritt machen. Ähm, ja, du hast die Front angesprochen. Ja, ich finde, das ist, äh, gibt Positives und Negatives, ne? Also, du hast den DeMarcus Lawrence nach wie vor. Ja. Du hast jetzt einen Gerald McCoy geholt, du hast einen Don Terry Poe geholt und einen Neville Gallimore gedraftet, den mochte ich ja sehr, ähm, vorm Draft, gerade was seinen Passrush, seine Passrush-Qualitäten angeht. Allerdings, McCoy, Poe und Gallimore, drei, die Inside spielen. die eher auf der Defensive Tackle-Position spielen. Der Haken ist natürlich die Nummer zwei gegenüber von DeMarcus Lawrence. Da hatten sie einen Robert Quinn, hat einen guten Job gemacht, der ist weg. So richtig ersetzen kann ihn da eigentlich niemand. Sie haben in der fünften Runde einen Bradley Arnei, heißt der so? Arnei? Arnei? Ja. Ist ein spannender Typ, gar keine Frage. War ein super Passrush-Rusher im College. Ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, einer der konstantesten Passrush-Rusher im College, der immer solide geliefert hat, aber ist halt auch eher einer, der über seinen Speed kommt, wenig über Power und da gibt es dann auch Fragezeichen, ob er überhaupt die Power hat, so ein durchgängiger Passrush-Rusher in der NFL zu sein oder eher so ein situativer, der mal reinkommt. Also das ist natürlich schon eine Frage. Ich bin halt relativ optimistisch, was die Interior-Line angeht, plus DeMarcus Lawrence, aber die eine Seite ist halt so ein bisschen im Vakuum fast. Ich finde halt die Ressourcenverteilung irgendwie so ein bisschen kurios, dass du eben McCoy holst in der Free Agency, Dontari Poe holst in der Free Agency, der jetzt ja eigentlich auch wirklich eher an dem Punkt seiner Karriere eher der Run-Stopper ist und nicht mehr so der, der auch wirklich als Nose-Tackle-Pass-Rusher großen Impact hat. Nachdem du letztes Jahr schon in der zweiten Runde Tristan Hill auch geholt hast für den Defensive Tackle und dann halt jetzt nochmal in der dritten Runde Neville Gallimore, und dann hast du aber, also im Prinzip hast du ja jetzt zwei Leute in der Free Agency geholt, einen letztes Jahr zweite Runde, einen dieses Jahr dritte Runde gedraftet und auf Edge, klar, Lawrence ist gut, aber Robert Quinn war in meinen Augen letztes Jahr der bessere Pass-Rusher von den beiden und den hast du halt irgendwie gar nicht ersetzt auf Edge, also da sehe ich zumindest, wenn nicht, wenn nicht wirklich der Plan ist und das wäre ein ziemlicher Harakiri-Plan, dass irgendwie Orlen Smith da einen Impact hat und man hofft, dass der sauber bleibt und dass der auf dem Feld Edge bleibt und auch wirklich nochmal sein Potenzial abruft. Ansonsten finde ich, ist halt Edge echt dünn und ich, klar, das sind Poe, McCoy, das ist irgendwie, das ist in Ordnung, also das ist auf jeden Fall, das wird keine Schwäche sein, aber ich weiß jetzt halt auch nicht, ob du dich, oder wie weit du dich drauf verlassen solltest, dass da jetzt so der Mega-Pass-Rush draus entsteht und wenn ich mir halt die Secondary angucke, dann brauchst du ja eigentlich eher wirklich einen guten Pass-Rush als einen, der vielleicht ganz in Ordnung sein kann und im Moment sehe ich halt eher so diese zweite Kategorie in Dallas. Ja, du, die Cowboys werden viele Punkte liefern, offensiv und defensiv wahrscheinlich, die Linebacker können wir glaube ich schnell abhacken, also Leighton Fenerash und Jalen Smith, die beide müssen vielleicht wieder individuell eine kleine Schippe draufpacken, das war letztes Jahr nicht so das Elite-Level, was wir gewohnt waren, Fenerash hat auch nur ein paar Spiele gemacht, also nicht alle zumindest, war dann verletzt und hat vorher auch nicht so überzeugt, aber ich glaube, das ist keine Problemstelle in dieser Defense, da gibt es andere Punkte und wie du schon sagst, also die Offense kann, sollte wahrscheinlich jede Woche 30 Punkte machen, aber vielleicht müssen sie auch jede Woche 30 Punkte machen, letztendlich müssten sie aber natürlich die Qualität haben, um in die Playoffs zu kommen, ich meine, ja, da sind ein paar Fragezeichen in der Defense, aber trotzdem sind da ja immer noch ein paar echt gute Spieler dabei und ich glaube, das kannst du dann vielleicht hier und da kaschieren und gerade mit dieser Offense, ich meine, ist ein schlechter Vergleich irgendwie, aber die Chiefs, also würden wir, wenn du jetzt nochmal an die vergangene Saison denkst, vor die vergangene Saison gehst und würdest du sagen, die Defense der Cowboys jetzt auf dem Papier ist besser als die letztes Jahr der Chiefs vor der Saison? Ich würde sagen, wenn wir es so eins zu eins vergleichen, dass die Chiefs die bessere, den besseren Passrush halt hatten, also dass sie halt, dadurch, dass sie ja Frank Clark noch geholt haben, Chris Jones, Frank Clark, hatten ja noch Oake vorgeholt, ich hätte jetzt gesagt auf dem Papier, die Chiefs hatten einen besseren Passrush und die deutlich besseren Safeties natürlich, das spricht definitiv für Kansas City, Dallas hat die besseren Linebacker, Dallas hat, finde ich, mehr Potenzial auf Cornerback, aber halt auch weniger, eine niedrigere Baseline als das, was die Chiefs zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr hatten. Ja, ja, also, bin sehr gespannt auf die Cowboys, ich hoffe, sie machen Spaß, ich bin zumindest sehr euphorisch, ich hab richtig Bock auf die Cowboys nächstes Jahr, klar, mit der Offense, das wird schon schön, glaube ich, glaube ich auch, da muss man gucken, ob die Defense dem Ganzen irgendwo in irgendeiner Form Strich durch die Rechnung macht oder ob sie das, ob es dieses Jahr noch nichts wird, aber ich glaube, da sind ja auch jetzt viele Junge auch noch mit dabei und man hat hoffentlich dann mit so Säulen wie Prescott und Cooper langfristig verlängert und ich glaube, dann kann man auch diese, ja, diese einzelnen Positionsgruppen, wo es noch ein bisschen wackelig ist, kann man die auch noch adressieren, vielleicht ist dieses Jahr noch nicht der ganz große Wurf möglich, vielleicht gibt es dafür zu viele Löcher, aber, ey, die Grundvoraussetzungen sind natürlich hervorragend. Und was halt eben auch für der Defense oder was eine Defense dann echt auch helfen kann und den Effekt haben wir ja auch bei Kansas City dann letztes Jahr gesehen, ist eben, wenn du so eine starke Offense hast und du halt selbst viel punktest und umgekehrt dann eben die gegnerische Offense auch viel punkten muss und an irgendeinem Punkt im Spiel wird es dann, wird der Gegner dann auch eindimensionaler, muss den Ball mehr werfen und du kannst halt auch dann dich mehr auf den Pass Rush fokussieren, Run-Defense wird ein bisschen weniger ein Punkt und du hast dann halt auch die Möglichkeit und das ist ja genau das, was wir dann bei Kansas City letztes Jahr gesehen haben, dass du eben in der Secondary eher vielleicht darauf aus bist, so ein bisschen auch dem Gegner fallen zu stellen in Richtung Turnover. Das wird halt spannend sein zu sehen, ob sie diese Defense so als Komplementärstück zur eigenen Offense auch aufbauen können und das haben die Chiefs halt letztes Jahr haben das extrem gut gemacht, aber wie gesagt, gerade auch mit den Safeties hatten die da ja auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. So, wir müssen einen Gang zulegen, wir haben noch ein ganzes Team vor uns und das ist kein uninteressantes, das sind die Philadelphia Eagles, die letztes Jahr mit Ach und Krach diese Division gewonnen haben, mit neun und sieben und das trotz großem Verletzungspech, Verletzungssorgen, da gab es einige Baustellen, offensiv und defensiv, am Ende waren sie doch in den Playoffs, gut nicht lang, aber sie waren drin und seitdem hat sich auch einiges getan und man hat auch versucht, diese Schwachstellen, die, ich meine, ich will jetzt hier nicht prahlen, aber die wir natürlich vor der letzten Saison auch schon teilweise identifiziert haben, die haben sie jetzt adressiert in dieser Offseason und bei manchen habe ich mir gedacht, oh, da haben sie fast ein bisschen zu viel auf diese eine Schwachstelle gegeben und ein bisschen vielleicht auch too much gemacht, hoffentlich kippt das nicht irgendwie woanders hin, dass jetzt andere Schwachstellen aufpoppen, aber zum Beispiel die Secondary haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, die einen Riesensprung zumindest auf dem Papier gemacht hat, war eine Schwachstelle letztes Jahr, könnte eine absolute Stärke dieses Jahr sein, diese Secondary. Ja, muss man tatsächlich so sagen, ich hatte in unserer letzten Bonusfolge im Mailbag hatte ich eine Frage auch zu Überraschungskandidaten, was so Offense Defense angeht noch und dadurch eben die Eagles Defense als so eine mögliche positive Überraschung mir rausgepickt, weil die ja letztes Jahr in der Pass Defense insgesamt gesehen gar nicht so schlecht waren, wie man es angesichts der Coverage Unit insgesamt eigentlich vielleicht gedacht hätte, eben weil der Pass Rush Top 5, Top 7 war, weil die Run Defense sehr gut war und sie dann eben auch Teams in lange Second- und Third-Downs bringen konnten. Was halt gefehlt hat, haben wir oft genug drüber gesprochen, war der Nummer 1 Cornerback und das hat dann irgendwo alles runtergezogen in der Summe, den haben sie jetzt geholt mit dem Trade für Darius Slay, sie haben einen sehr guten Slot Corner für den Preis sich geholt mit Nickel, Roby, Coleman von den Rams und das sind halt schon mal zwei neue Starter, die beide in meinen Augen deutliche Upgrades darstellen sollten und das bringt dann halt auch den Nummer 2 Outside Corner, ob das jetzt Sidney Jones ist oder Erwonte Maddox oder wer auch immer, bringt den in eine viel bessere Situation, weil du dem jetzt natürlich auch in Coverage mehr helfen kannst. Dann haben sie noch dazu einen Kayvon Wallace gedraftet in der vierten Runde, so dieser, ich denke, einer, der diese Safety Slot-Hybrid-Rolle spielen kann, also von der Cornerback-Gruppe, ich habe mich das dann auch gefragt, als ich jetzt die Eagles vorbereitet habe, von der Cornerback-Gruppe insgesamt betrachtet, sind mir eigentlich nur die Dolphins eingefallen, die noch einen krasseren Sprung gemacht haben im Vergleich zum letzten Jahr, als das, was ich bei den Eagles da sehe und erwarte und wenn wir das halt mit der Front kombinieren, die ja letztes Jahr schon echt sehr, sehr gut war, dann in meinen Augen Potenzial für eine Top-Ten-Defense und vielleicht sogar mehr ist hier absolut gegeben. Wenn wir noch mal kurz bei der Front bleiben, ich glaube bei den Eagles war ja immer so das Thema, Linebacker ist jetzt nicht die allerwichtigste Position, aber das wird sie mit dem Spielermaterial wahrscheinlich auch nicht werden, oder? Ne, das ist richtig, also Linebacker wäre ganz klar das größte Fragezeichen, sie haben ja auch da die Leute, die sie dann immer hatten, die haben sie dann ja immer auch abgegeben, mit Jordan Hicks weg, jetzt Nigel Bradham weg, ich vermute, dass Nathan Gary jetzt da eine Chance bekommt, TJ Edwards hat letztes Jahr so hier und da mal geflasht, aber auf dem Papier sicher das mit Abstand größte Fragezeichen für dieses, wenn wir diese Eagles-Stefens anschauen, aber für das Gesamtkonstrukt der Eagles-Stefens eben auch der unwichtigste Part und deswegen ja, das sieht nicht so doll aus auf dem Papier, aber ich glaube, es wird halt auch nicht entscheidend sein und wahrscheinlich werden wir da dann auch so jemanden wie Kvon Wallace häufiger mal auftauchen sehen auf dem Linebacker-Level. Ja, und in Sachen D-Line hat sich im Vergleich zu letztem Jahr, also wenn ich jetzt einfach nur mal so einen Blick drauf werfe, kaum was getan, ne? Naja, sie haben halt Javon Hargrave geholt. genau, Javon Hargrave, auch noch mal ein Upgrade. Das ist der, der halt Timmy Jernigan ersetzt, denke ich, also was ich auch nicht erwartet hatte unbedingt, dass sie da noch mal so viel Geld und so viele Ressourcen reinstecken, aber der hat halt letztes Jahr in Pittsburgh auch noch mal echt, gerade auch als Pass-Rusher, einen Schritt nach vorne gemacht und dann ist da ja natürlich auch noch Malik Jackson, der letztes Jahr sich ja direkt im ersten Spiel am Fuß verletzt hat und den Rest der Saison verpasst hat. Stimmt. Der jetzt einfach deine Nummer 3 halt ist in der Rotation, in der Interior-Line. Da haben wir letzte Off-Season doch noch gelobt diese Verpflichtung und gesagt, boah, der macht diese Defensive-Line noch stärker und stimmt, der ist ja auch noch da. Und jetzt hast du da echt halt so ein Trio natürlich mit Fletcher Cox, Top 3 Defensive Tackle in der NFL, Javon Hargrave daneben. Ich denke, das sind die klaren Starter und Malik Jackson kann dann hier und da immer reinrotieren. Also das ist natürlich schon absolute Top-Qualität und dann Barnett und Graham auf den Endpositionen, die letztes Jahr beide über 45 Quarterback-Pressures hatten. Also die D-Line ist halt so stark, dass sie diese Defense auch tragen kann. Im Vergleich aber zum letzten Jahr muss sie es halt nicht mehr so sehr machen. Deswegen, ähm, ja, Eagles Defense sieht sehr, sehr gut aus. Ich würde vielleicht noch ganz kurz Safety ansprechen, einfach weil Malcolm Jenkins da natürlich fehlt jetzt. Der ist ja gegangen nach New Orleans. Also da so dieser zweite Safety-Spot neben Rodley McLeod, das wird noch mal ein Thema sein. Jalen Mills soll ja mehr auf Safety eingesetzt werden, aber das ist natürlich auch ein Experiment. Also, ähm, so der Strong-Safety-Spot. Gut, auf Cornerback war auch ein Experiment. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings, ähm, genau. Also, Strong-Safety-Linebacker, das sind so die, die Fragezeichen, aber das sollte eine wirklich gute Defense wieder sein jetzt dann. Ja, und, ähm, die Schwachstelle Cornerback wurde intensiv adressiert und in der Offense hat man auch die Schwachstellen intensiv adressiert, weil, was hat da gefehlt? Explosivität und Speed, nachdem Deshaun Jackson ausgefallen ist. Das war das Thema. Generell, die Receiver waren das Thema bei den Eagles letztes Jahr, ähm, wenn da am Ende dann ein Miles Sanders, äh, einer der besten Receiver sein musste in dieser Offense und natürlich die beiden Tight Ends. Offensiv hat Speed gefehlt, aber sie haben was getan. Jalen Rager im Draft, der bringt Explosivität mit. Marquise Goodwin, gut, über den kann man, der hat jetzt auch viel verletzungsbedingt gefehlt, aber auch der hat vor allem eins, nämlich Geschwindigkeit. John Hightower noch ein Draftpick, auch ein ganz flotter Junge und Deshaun Jackson ist ja auch nach wie vor da, also Speed haben sie jetzt zumindest genommen. Und Chris Watkins, den sie in der sechsten Runde gedraftet haben, das ist auch eigentlich ein reiner Speedster, also die haben im Prinzip wirklich sich, äh, ja, die haben sich vier Speedster geholt in dieser Ja, nicht, dass das Pendel jetzt irgendwie in die falsche Richtung schlägt, ne, und sie dann keine Possession Guys mehr haben, weil vielleicht ein, was ich nicht glaube, Asiga Whiteside dann doch nicht so gut ist und, ähm, ein Elton Jeffrey ist ja, glaube ich, aktuell auch wieder verletzt, oder nicht? Ja, ich glaube, für die Possession Guys nehmen die halt einfach die Titans, da sind die dann auch, ähm, sind sie dann wahrscheinlich auch mit zufrieden. Letztes Jahr muss man bei Wide Receiver schon zu, oder ich muss schon zugeben, dass ich da mit meiner Prognose auch einfach daneben lag, weil ich ja eigentlich wirklich dachte, das sollte eine der, der besten Offenses der Liga werden mit einer Top-5-Line, Top-3, Top-5-Receiver-Gruppe, wenn man die Titans mit einbezieht, ähm, aber ... Ich hatte, glaube ich, auch eine Prediction, dass die Eagles Offense, äh, eine der Besten, ähm, der Liga wird. Ja, ich war mir nicht sicher, wie positiv du warst, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall sehr optimistisch war. Und klar, sie hatten Verletzungspech, keine Frage, es war ja nicht nur Jackson, sondern auch Jeffrey, der permanent angeschlagen war, genau, aber, ähm, muss man ganz klar sagen, dass ich da wirklich daneben lag, weil ich nicht gedacht hatte, dass das so ein, dass das so ein instabiles Kartenhaus irgendwie ist und als diese Karte des Sean Jackson halt dann weg war, ist es halt echt, krass eingebrochen. Ähm, du hast jetzt die ganzen Speeds da schon angesprochen, die sie geholt haben, das heißt, zumindest in der Richtung sollte, sollte es keine Probleme geben, auch wenn die sicher nicht im Endeffekt alle den Kader schaffen werden, aber wenn, also Rager natürlich schon und dann wird's mindestens einer der anderen drei wird's auch schaffen, dann hast du da schon ganz andere Mittel zusätzlich natürlich zu, zu des Sean Jackson und du hast immer noch in meinen Augen das beste Tight End-Duo der Liga mit Ertz und Goddard, weil die halt auch beide blocken können, ähm, sind nicht nur gute Receiver, verlässliche Receiver, sondern können beide auch blocken, das gibt der Offense auch viele Möglichkeiten, die haben letztes Jahr, ähm, klar, auch bedingt haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, durch die, ähm, durch die Ausfälle im Receiver-Core haben die letztes Jahr über 50 Prozent ihrer Offense-Snaps aus 12 Personnel gespielt, also mit zwei Titans auf dem Feld, so hoch wird's nicht sein nächstes Jahr, aber es wird sicher immer noch einer der zwei, drei, vier höchsten 12 Personnel-Quoten sein, weil sie haben ja einfach diese beiden Titans auch und das Play-Action-Passspiel baut dann auch viel darauf auf, sehr intensives Play-Action-Passspiel, also, ähm, nutzen sie sehr, sehr viel, das baut auch auf diesen zwei Titan-Sets auf, sprich, da ist schon eine enorme Qualität, sie haben, glaube ich, auch eben mit diesen Titans die Möglichkeit, der Offense eine gewisse Struktur und auch ein paar einfache Completions zu geben, das wiederum ist auch wichtig für Carson Wentz, weil wir bei ihm immer noch sehen, ähm, dass er Plays zu lange ausdehnen will, dass er sich nicht ideal in der Pocket bewegt, dass er mit seinen Reads so ein bisschen unsicher irgendwie ist, klar, er hat halt die Armstärke, er hat die Athletik auch, ähm, dass er auch selbst Offense kreieren kann, aber so eine gewisse Inkonstanz irgendwie ist immer noch in seinem Spiel und denke, die, die Hoffnung darf jetzt sein mit dieser Offseason, mit dem, was sie gemacht haben, ähm, dass du eben auch wirklich eine vertikalere Offense aufbauen kannst und das ist für mich dann wirklich auch so ein Knackpunkt, weil, wenn wir einfach nur mal zurückschauen, als er 2017 diese MVP-Kaliber-Saison hatte, bevor er sich dann verletzt hat, da hat Carson Wentz den Ball im Schnitt fast zehn Yards tief geworfen, 9,9 Yards, dann, ähm, das ging die letzten zwei Jahre drastisch zurück, 2018 bei 7,8, letzte Saison bei 7,9, ich glaube halt, mit seinem Arm, mit dem, was er im vertikalen Passspiel eben auch an Schaden anrichten kann und auch wie er selbst spielen will, dass du eigentlich eher wirklich so eine vertikale Offense um ihn herum auch aufbauen solltest und das denke ich, haben die Eagles uns mit dieser Offseason gezeigt, dass das dahin auch die Reise geht. Ja. Ja, ich wollte es eigentlich bei Carson Wentz noch ansprechen, jetzt hast du es quasi schon vorweggenommen, ja, der hat letztes Jahr unter schwierigen Umständen eigentlich gute Leistungen erbracht und hat ja diese Offense auch noch dann irgendwie in diese Playoffs gewuppt. Ja. Aber irgendwie so inkonstant ist es auch nach wie vor ein Thema einfach bei ihm, von Spiel zu spielen. Genau, ist immer noch ein Thema und man muss natürlich die Umstände berücksichtigen, ganz klar, mit was er dann letztes Jahr gearbeitet hat, da ein Greg Ward, der da irgendwie da noch aus dem Nichts kommt und irgendwie so dein Nummer-Eins-Receiver plötzlich ist, du hast schon Miles Sanders angesprochen. Das war absurd. Genau, Miles Sanders, echt. Das ist natürlich auch schwierig, keine Frage, aber er hat jetzt halt auch, selbst wenn man die Umstände als Bonus eben gut schreibt oder wie auch immer, waren immer noch individuelle Fehler bei ihm drin und das ist ja, das sind ja, was ich jetzt gerade gesagt hatte, das sind ja mehr grundlegende Sachen in seinem Spiel, die halt auffallen und die werden dann natürlich von schlechten Umständen noch stärker hervorgehoben, aber die sind ja auch in seinem Spiel, wenn die Umstände besser sind. Deswegen bin ich gespannt, ob wir eine Eagles Offensee sehen, die eben ihren Stil auch irgendwo verändert. hat. Ja, ja, ähm, du hast, äh, das Göttert angesprochen, hast du das Video gesehen? Das hab ich gesehen, ja, das, äh, also, meine Güte, ey. für alle, die es nicht gesehen haben, er hat kassiert irgendwo, ich weiß gar nicht, war es in einer Bar oder so? Ja, Restaurant, Bar, irgendwie sowas in der Richtung. Aus dem Nichts von irgendeinem, äh, von so einem Vollidioten, äh, eine gelangt bekommen und wirklich platt umgefallen. Mh. Ähm, schöner Kindtreffer. Schein immer weiter zu gehen, also. Ja, also ich meine, letztendlich ist er immer noch ein Footballspieler, gut, er war zwar bewusstlos, aber ich glaube, die können eigentlich ganz gut einstecken. Ähm. Ja, war eine absurde Szene. Obwohl wir gerade dabei sind, noch ein schönes Video, was jeder gesehen haben sollte. Wir hatten ihn ja auch gerade schon als Thema. Clinton Dix, äh, wie er mit einem, mit einem E-Scooter angerollt kommt und dann auf einmal einen Bären sieht. In seiner, in der Garage oder im Parkhaus oder irgendwie sowas. Irgendwo stand auf einmal ein Bär vor ihm. Der war jetzt nicht besonders groß, trotzdem irgendwie ein Ort, wo du nicht einen Bär erwartest, mit seinem kleinen Kind, wo man auch, auch glaube ich, bei kleinen, nerren Bären aufpassen sollte, wenn da so eine Bärenmutter unterwegs ist. Ähm, und er sich aus dem, so schnell aus dem Staub macht. Ja, das sollte man sich auch angeguckt haben. Aber zurück zu den Eagles. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Carson Wentz, bei der ganzen Offense, wie sie sich verändern könnte. Ähm, trotzdem, also, man sollte eigentlich wieder mehr oder weniger optimistisch sein, weil, wenn wir auch aufs Backfield schauen, da muss Miles Sanders jetzt die Nummer 1 Rolle übernehmen. Gut, das wird in irgendeiner Form wahrscheinlich auch noch ein bisschen eine Art Committee mit einem Boston Scott, der vor allem im Receiving Game gut ist. Corey Clement, ja, so eine Absicherung. Elijah Holyfield, mein Lieber. Ja, absolut. Vielleicht, äh, hab ich immer noch auf dem Zettel deinen, einer deiner, großer Holyfield. Deiner großen Man-Crush. Absolut. Ähm, vielleicht sehen wir von dem ein bisschen mehr. Aber Miles Sanders hat, glaube ich, auch das Potenzial, äh, ein Three-Down-Back zu sein. Also, ich meine, wie gut der letztes Jahr im Receiving-Game am Ende der Saison war. Eben, ja. Ich wollte es gerade sagen, der war ja eigentlich im Receiving, oder als Receiver war der ja fast besser als als Runner, wenn man es mal so aus der, auf der Running-Back-Position sozusagen vergleicht. Also, auch wie sie ihn eingesetzt haben, sich ja auch irgendwo durch, durch dann, äh, die Umstände aus der Note herausgeboren. Aber der hatte eine durchschnittliche Target-Tiefe von zwei Yards. Und das klingt jetzt erstmal nicht viel, zugegeben, aber man muss ja bedenken, dass Running-Bags in der Regel eben viele Screens und Pässe in die Flat und so weiter bekommen, die den Schnitt dann halt deutlich runterziehen. Also, ein Delvin Cook in Minnesota letztes Jahr, der ja fast nur Screens irgendwie gekriegt hat, der hatte eine Target-Tiefe von minus 1,5 Yards. Ähm, und selbst so Bags, die man jetzt eher ... Ja? Der ist ja eigentlich auch, also, Delvin Cook ist ja auch ein sehr solider Receiving-Back. Genau, genau. Also, es ist ja nicht so, dass der nur Screens bekommt. Klar. Ähm, gut, er wird halt so eingesetzt, aber trotzdem kriegt er ja auch mal den einen oder anderen Pass auf der anderen Seite der Leimann-Scrimmage. Ja, absolut. Aber auch, also auch wenn wir auf Bags schauen, die mehr, die wir mehr als so diese, ähm, Receiving-Bags noch auf dem Zettel haben. Alvin Kamara letztes Jahr war bei 0,4 Yards. Ähm, Christian McCaffrey war bei 0,7. Und Austin Eckler war bei 1,3. Und Sanders eben, wie gesagt, zwei Yards Target-Tiefe. Das ist echt viel für einen Running Back. Sprich, ich glaub, der hat als Runner noch Luft nach oben, aber als Receiver war der schon echt noch mal, ähm, also ich mochte den, oder wir beide mochten den ja sehr, Pre-Draft auch, äh, hat der mich in der Hinsicht dann im, im letzten Saison Drittel so ungefähr, hat der mich echt noch mal positiv überrascht. Und ich glaub, der hat echt das Potenzial fix in diese Top, Top-10-Running-Back-Gruppe auch reinzugehen. Und was man immer bei ihm bedenken muss, das war doch so ein, das war doch ein kleiner Hint von dir gerade auf mein Running Back-Ranking, was immer noch nicht, immer noch nicht fertig ist, aber der könnte. Das, die Leute warten, also. Ja, ich bin gespannt, wo Miles Sanders am Ende landet. Ich hab gerade drüber nachgedacht, weil es werden definitiv Backs, die sehr elusive sind im Running Game und dazu auch noch den Ball fangen können und das auch als Receiver und das ist Miles Sanders. Die werden weit oben landen und ich bin mal gespannt, ob er schon in die Top-10 reinkommt. Das kann auf jeden Fall sein. Jetzt hab ich den anderen Faden verloren, den ich sagen wollte. Ich greife mal kurz einfach auf. Ich denke, dass er in meiner Top-10 jetzt noch nicht wäre, aber ich glaube, dass er, wenn wir zum gleichen Zeitpunkt in einem Jahr reden, dass er dann da drin sein wird. Und bei ihm ist ja der Fall, der hat ein Jahr als Starting Running Back im College gespielt. Der war lange der Ersatz für Saquon Barkley und an dem vorbeizukommen im College war quasi unmöglich. Vollkommen zu Recht auch. Aber in diesem einen Jahr hat er sich schon individuell weitergeentwickelt und dann jetzt in seinem ersten NFL-Jahr. Also da ist ja noch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass der noch mal einen Sprung macht. Ich bin sehr gespannt auf Miles Sanders nächstes Jahr. Ja, und mein Eagles O-Line können wir dann in dem Zusammenhang auch noch kurz ansprechen. Ja. Da sind sie jetzt nicht mehr auf dem absoluten Top-Level. Das wird dann wieder so ein bisschen das Sanders-Potenzial wieder so ein bisschen drücken, zumindest als Runner. Aber das sollte immer noch eine ganz gute Line sein. Du ersetzt auf Left Tackle eben Jason Peters, David-Andre Dillard jetzt starten. Den haben sie ja letztes Jahr in der ersten Runde genau mit dem Plan im Hinterkopf auch getraftet. Wir haben über den Ausfall von Brandon Brooks ja schon letzte Woche gesprochen. Wirklich einer der besten Guards in der NFL, der jetzt mit einem weiteren Achillessehnenriss diese Saison verpassen wird. Da muss man schauen, wie sie den eben auffangen. Jack Driscoll, den sie dieses Jahr in der vierten Runde getraftet haben, der könnte nach innen rutschen und spielen. Matt Pryor wäre so ein so ein anderer Kandidat war jetzt auch jetzt nicht die Top-Lösung. So ihre primäre Backup-Option war ja immer Hala Pulivati Vaitai und der ist jetzt halt auch weg. Das heißt, diese Option gibt es einfach nicht mehr. Sprich, da muss eine andere, da muss ein Rookie oder da muss eine schlechtere Variante dann eben auch spielen. Die Baseline mit Lane Johnson, mit Jason Kelsey, auch mit Isaac Samalu, die ist immer noch hoch. Und von Andre Dillard als Erstrunden-Pick, der ja auch wirklich ein gutes Potenzial gezeigt hat im College, dann darf man da natürlich auch erwarten, dass da in der NFL entsprechend was kommt. Aber es fehlt eben so ein bisschen oder du hast so ein bisschen eine Ungewissheit auf Left Tackle und es fehlt auf Right Guard, könnte oder Right Guard könnte von einer Stärke zu einer Schwäche werden durch den Brooks-Ausfall. Das sind so ein bisschen die O-Line-Bedenken. Das heißt, ich vermute, dass die Offensive Line ein bisschen schlechter sein wird als letztes Jahr. Die Frage ist dann, wie viel schlechter, wie weit schlechter, aber sie wird, denke ich, ein bisschen schlechter sein. Aber trotzdem, es gibt bei den Eagles auf dem Papier mal wieder, muss man sagen, nicht viel zu meckern. Ja, es gibt hier vielleicht das ein oder andere kleine Fragezeichen, wie ist die Offense jetzt mit vielen neuen Leuten auch? Wird sie sich grundlegend vielleicht auch ein bisschen verändern? Weißt du, an wen mich die Eagles so im Gesamtblick erinnern? An die 49ers. Ein Team, was eher, also was noch mehr über eine starke Defense kommt, wo in der Offense einige sehr explosive Playmaker da sind. Eine gute bis teilweise sehr gute O-Line. Du einen Quarterback hast, der mit Konstanz so ein bisschen Probleme hat, aber trotzdem in entscheidenden Momenten auch ein Spiel alleine entscheiden kann, irgendwo ein riesiges Potenzial hat. Ganz anderer Typ als Garoppolo, aber so von der Grundzusammenstellung ... Ich wollte gerade fragen, ob du mal so ganz Hot-Take-mäßig Carson Wentz oder Jimmy Garoppolo lieber nehmen würdest. Carson Wentz. Ja, ist auch meine Tendenz schon, aber ja, Garoppolo war letztes Jahr nicht so schlecht. Ja, Garoppolo ist vielleicht irgendwie der der sicherere, der aufgeräumtere, möglicherweise. Das auf jeden Fall, ja. Höhere Baseline. Aber ich glaube, genau die Baseline ist vielleicht höher, aber das Upside ist mit Carson Wentz. Und die Baseline ist ja nun auch nicht gerade niedrig. Nee, das stimmt. Deswegen, da würde ich eher ... Wir haben Jalen Hurts. Haben wir über Jalen Hurts eigentlich gesprochen? Im Draft-Recap natürlich, aber heute jetzt glaube ich noch nicht. Müssen wir drüber sprechen. Der kommt halt nur in Frage, wenn Carson Wentz wieder ausfallen sollte. Und ich glaube, dann hat man eine ganz gute Backup-Lösung. Genau, das ist auf jeden Fall. Und dann kann man es eben noch in zwei Richtungen argumentieren, was wir, glaube ich, ja damals auch gemacht haben. Du hast einmal diesen gesteigerten Wert den Teams auch der Backup-Quarterback-Position geben. In gewisser Weise mit den Eagles, mit Nick Foles hat das ja so ein bisschen angefangen und dann haben andere Teams da auch nachgezogen, dass sie mehr Ressourcen da reingesteckt haben. Plus, das kann man natürlich sich auch, oder das könnte auch ein Punkt sein, vielleicht haben sie ja so was Taysom-Hill-Rollemäßiges für ihn auch im Hinterkopf und wollen denen, weiß ich nicht, ein paar Snaps pro Spiel geben und ihn hier und da mal als Runner eine Zone-Read-Offense dann plötzlich spielen können. Also das könnte ein Faktor sein. Klar, primär ist er der Backup und so ein bisschen deine Versicherung, falls sich Carson Wentz verletzt. Ja, aber trotzdem, auf dem Papier, die Eagles sollten ganz vorne mitspielen können in dieser Division, aber dann letztendlich auch, was diese Conference angeht. Ich würde sie jetzt noch nicht in die, sagen wir mal, Top 1, Top 2, Top 3 Region dieser Conference packen, aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Ja, das ja, also es wird ja dann in der Division schon super spannend. Du hast halt ja wirklich diese zwei Teams halt mit Philly und Dallas, die beide, wenn die Saison perfekt läuft, Superbowl-Kandidaten sind. Was würdest du jetzt aus dem Bauch heraus tippen, wenn die Division gewinnt? Genau das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich würde, glaube ich, auf die Eagles tippen, einfach weil ich finde, die Cowboys sind eine größere Wildcard, so ein bisschen. Und bei den Eagles ... Ja, aber es ist echt eng. Die Defense ist natürlich bei den Eagles halt tausendmal besser, ne? Aber ich weiß nicht, ich habe mich das schon vor der Folge gefragt und da waren es irgendwie die Cowboys für mich. Intuitiv. Ja, ich bin halt bei diesem McCarthy-Faktor noch so ein bisschen unschlüssig. Das ist halt so eins, wo ich sage, klar, das könnte sehr gut werden, aber das könnte es auch irgendwie runterziehen. Ja, es ist halt die Frage bei den Eagles, inwiefern diese neun Leute schon ein Faktor sein können. Wie gut ist auch ein Deshaun Jackson? Ich meine, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Klar. Ist auch ein bisschen verletzungsanfällig jetzt in den letzten Jahren natürlich gewesen. Wie schnell findet ein Jalen Rager rein? Ja, den mag ich unglaublich gerne, aber trotzdem heißt das nicht, dass der in die NFL kommt und er plötzlich dann ein Star-Receiver ist. Also da gibt es auch noch so ein paar Faktoren. Ich glaube, dass du eine ganze Saison, wenn Elch und Jeffrey nicht fit ist oder nicht gut spielt, wenn er in der Säger-White-Side keinen Schritt macht, dann hast du schnell wieder ein Receiver-Problem. Ja, du hast da vielleicht jetzt mehr Speed, aber wenn die Qualität am Ende nicht da ist, dann wird es wieder schwierig. Und dann, du kannst keine komplette Saison, das hat uns ja letztes Jahr schon so gewundert, dass sie es dann doch noch irgendwie geschafft haben, aber eine komplette Saison, nur mit den Titans und mit einem guten Running Back, zu wuppen, wird dann sehr schwierig. Und das ist für mich so ein bisschen das Fragezeichen. Ja, das ist auch irgendwo fair. Also das Äquivalent bei den Cowboys wäre dann natürlich irgendwie die Secondary mit einer Vollkatastrophe oder Cornerback zumindest. Und Receivers, klar, da sind die Cowboys, würde ich jetzt mal sagen, sehen die Cowboys ein weites Stück besser aus als die Eagles. Ja, schon. Ich finde, Quarterback ist halt, das ist ja immer auch diese Diskussion, Wentz, Prescott, da finde ich, ehrlicherweise geben sie sich ... Ich würde Prescott nehmen, aber ich finde, sie geben sich nicht viel. Also ich finde, die sind da beide echt sehr, sehr nah beieinander. Beide so ein bisschen in der O-Line. Also da ist schon viel, ich finde, da kann man das echt brutal in beide Richtungen argumentieren. Und ja, es ist dann für mich letztlich, dieser Head-Coach-Faktor ist halt echt ein Thema, weil du hattest halt, letztes Jahr hattest du ein Cowboys-Team, was eigentlich auf dem Papier sehr stark war. Und du hattest ein Eagles-Team, was brutal gerupft war und links und rechts Leute verloren hat. Und die Cowboys haben es halt nicht gebacken gekriegt, die da abzufangen. Und da kann man jetzt sagen, das lag irgendwie an Jason Garrett und weiß ich nicht, Team war in ... Hatte Pech hier und da auf jeden Fall auch. Das war auf jeden Fall auch ein Faktor. Aber deswegen ist halt dieser Head-Coach-Faktor für mich auch dann so kritisch. Und da ist halt Mike McCarthy ein Loch irgendwo so ein bisschen in der Wundertüte. Ja, auf jeden Fall. So, ich würde Feierabend machen. Ich glaube, wir haben ... Was du mitmachen möchtest? Ich muss sagen, ich mache noch eine Stunde weiter. Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Super enge Division an der Spitze. Und ich denke, dass ein Team dann wirklich stark hervorgeht und das wird dann um das Superbowl-Ticket auch mitspielen. Ja. Auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin auch mal gespannt, ob die Redskins und die Giants vielleicht irgendwie ob eins der beiden Teams überraschen kann und vielleicht am Ende die beiden in irgendeiner Form ärgern kann. Mhm. Ich meine, es ist nicht ausgeschlossen in dieser Liga. Auf keinen Fall. Wir haben vorhin mit Nico schon drüber gesprochen. Diese enge Leistungsdichte, wo einfach Kleinigkeiten entscheiden können. Redskins und Giants sollte man auf dem Papier deutlich noch hinter den anderen beiden Teams haben. Aber man weiß nie. Letztendlich kann viel passieren. Was hier jetzt passiert, ist, dass wir Feierabend machen, dass wir uns nächste Woche Donnerstag hören. Wissen wir schon die Division? Oder steht das nicht los? Äh, doch. Wir wissen es schon. Es wird die AFC East sein. Das heißt, wir reden über die Patriots und Post-Brady und wer da vielleicht die Division nächstes Jahr gewinnt. Ja. Und dass die Titans letztendlich doch die Patriots-Dynastie beendet haben. Bist du ruhig. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Bis Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.